Mit der Taste, die da steht, wenn du vor einem Hindernis stehst. Das musst du in der Mitte unten stehen. So, jetzt funktioniert es auch und ich bin offiziell kein Dummkopf mehr. Naja, also das Zweite. Wo muss ich beitreten? Ich sehe schon. Äh, ja. Well. Das ist auch gut. Ich esse mal ein M&M bis es vorbei ist. Ich esse mal ein M&M bis es vorbei ist. Ich lutsch den jetzt. Wir können auch Zweierteams machen, oder nicht? Ja. Zwei Zweier und dann nehm ich einfach noch den Yasuo mit. Der Yasuo war auch noch interested. Gegen Wanda. Der wollte ja eigentlich auch wieder kommen. Ich nehm Tim. Ach, jetzt ist es wie bei mir. Gut, dann ich nehm den Fickram. Erstmal noch ne Runde alleine. Warum? Dann nehm ich Bubble. Bist du noch nicht fertig, oder was? Dann nehm ich Julian. Bist du noch nicht fertig, oder was? Fickram. Hallo. Wie ist er denn jetzt? Ist er direkt abgehauen, oder was? Nein, ich bin noch da. Warten mal eben. Okay. Worauf denn? Wir warten doch die ganze Zeit schon. Ja, ich bin dabei. Gut, dann machen wir Zweierteams. Dann kick ich jetzt hier alle Leute raus. Wow. Ich lade den Fickram ein. Geht das nur zu viel, oder was? Ja. Tim, ich lade dich ein. Ähm. Ja, einer kann jetzt auch Bubble mitnehmen, bis der... Nee. Der muss ja so lange warten, bis der ja so lade. Lad mich ein, Jan. Muss ich jetzt hier den Bubble carryen, oder was? Träckiges Schwein. Jetzt hat es Julian eingeladen. Was? Ich bin zu spät, komm, verpasst du das jetzt, Jan. Verdammt. Ja, glaube ich. Ja. Die Einladungen waren gestaggert. Es kam die Einladungen von Julian und dann kamen die von Jan. Extremely private, würde ich mal sagen. Äh, Tim? Dann fangen wir aber von vorne an, oder? Sehr gerne. Nein. Wir können sagen einfach, wenn du das Spiel gestartet hast, dann kann ich dich einladen. Achso. Die erste Web ist ja okay. Die ist okay, aber... Ja. Die zweite allerdings. Oh boy. Ähm, Spiel wird privat, ja, ne? Ja, wie weiter, ne? Ja. Fangen wir mit New York an, oder? Das ist halt schon echt nicht leicht, fand ich. Ja, fangen wir mit New York an. Ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, warte mal eben kurz. Wo kann ich denn sehen, was das erste überhaupt ist? Ich glaube, du siehst das nicht, oder? Ist das so eine storybasierte Kampagne, richtig? Ja. Ja, es gibt vier verschiedene Storys. Ich glaube, je vier Episoden, oder so. Wir können natürlich auch mit der zweiten Story anfangen. Nein. 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 Einfach nein. Wie kann ich denn anderen verkaufen? Das hat dir einfach so gut gefallen in New York. Ich konnte es auch nicht, keine Ahnung. Ich bin jetzt eher hier. Oh, Moment, Moment. Ja, Moment, Moment. Oh, was habe ich gemacht? Nur muss ich nochmal einladen, bitte. Ich wollte meine Klasse wechseln. Was spielst du, Julian? Keine Ahnung. Ich spiele C4-Typ. Ich glaube, ich spiele einen Arzt. Ich kann das gar nicht auswählen, oder? Doch, klar, Klasse wechseln. Ja, was spielst du? Ich bin der Exterminator. Gut. Es ist ja scheiße, dass es nur zu viert geht, ne? Was ist denn Exterminator? Ist das das zweite? Nein. Das letzte. Ach, Schädlingsbeginn, war auf Deutsch, okay. Gut, dann mache ich den Höllenfuhrst, C4. Wenn die Apokalypse kommt, dann nenne ich mich auch. Also, es ist zum Höllenfuhrsten. Wieso kann ich das denn jetzt gleich ein Höllenfuhrst? Auch haben wir einen Bot dabei, glaube ich. Du hast ihn nicht ausgeschaltet. Mir war nicht klar, dass ich das kann. Okay, er hat irgendwie im letzten Tab, versteckt hinten links, der Taschhaut. Spielst du mit Controller, Tim? Ne. Okay, dann hast du auf F, hast du Melee-Attacken. Das übliche Sprinten-Drucken. Ich muss mal in Brücken. Mit E. Ganz wichtig, erstmal mit leiser Waffe schießen. Ja, das ist absolut optional. Ach so, ist das so, dass man mit Sounds mehrere Leute hat? Äh, Unlock Rowan? Mehr von mir? Mhm. Gibt es Friendly Fire? Oh ja. Ich habe jetzt, ich habe heute Mittag eine rumgefpielt, wo man diesen komischen Bus da begleiten musste. Ja, das erste in New York, glaube ich. Du meinst die Subway? Ne, du musst ja so einen Bus exportieren. Da hatte ich irgendwann einfach keine Munition mehr. Ganz komisch. Was mache ich denn? Ach, da ist Randy. Ach so, ich habe jetzt Bots mit reingenommen. Wir können. Okay. Können die für uns sterben. Oh ey, diese Viecher, das nervt doch einfach nur. Oh Gott, das ist so lange, bis es losgeht. Okay, wir droppen den Egg und jetzt ist es lauten. Oh, da hat das einfach zerschauen für uns beschlossen. Ja, wir gehen jetzt einfach in den Aufzug rein und dann ist, ja, ist egal. Komm rein. Ja, sieh. Oh. Ja, der Pottokammer. Schön. Ja, klar, und steht da plötzlich wieder neben mir. Warte auf, man muss nicht. Jetzt gucken wir da unten. Jetzt gucken wir da unten, aber gleich. Holy Christ, you seein' this? Goddamn Thanksgiving Day Parade. Oh yeah. This will work. Die, die, haben wir mittlerweile herausgefunden, wie man sagt, markiert? Nee. Spielt ihr das alle mit, was ist der Tur und Maus? Nee, schon. Ja. Nee, hat's gerade nicht. Spielt ihr auch mal unter Saturn Maus? Ich mein, das ist so ein Schuhmutter, da, das kommt für mich, glaube ich, gar nicht an, was wir fragen. Wie sprengt sich? Shift. Äh, ich glaube, wir müssen von hier oben die Zombie-Horden clearen. Aber man kann sie einfach mit der Silence ein bisschen, war da auch nicht. Oh boy. Äh, wie wechsle ich die Waffe? Mit 1, 2, 3. Oh. Achtung, die kommen hier schon. Achtung, die ballert hier. Richtig laut, aber nur nicht zu. Das ist nicht so schön, aber am Anfang. Oder machen wir jetzt die Bots jetzt? Mehr 10, 4. Oh, ja. Das ist übrigens ein krankbarer Weg zu sein, eher um die Zombies wegzuschicken, oder? Äh, dann ist oben ab. Wie werfe ich die Granate zu der Mappung mit Sakura? Mit Double-Hour-Sester. Wie benutze ich einen Medi-Pack-4, okay. Praise God. Praise God. Danke dem Gott der Shotguns. Also, quasi, äh... Ich muss keine Ahnung, sieh, die sind extrem dünn kleines Schießt. Mit seiner Pennelly Shotguns entlangt er immer wieder. Ja. Oh, oh. Der ist dein Gott der Shotguns. Stop, until you hit the Subway. Diese casual Combat-Roll, die er einfach immer macht. So, und jetzt, genau, und jetzt kommen nämlich die Defend-Section. Und da finden wir hier, guck mal, hier zum Beispiel. Danke. Thanks. So, Auto-Turrets oder sowas, die du jetzt sehen würdest, wenn er sie nicht so weit weggenommen hätte. Hier gibt's auch einen. Oh, ja, hier unten gibt's auch noch mal... Äh, Defense-Grid oder sowas, kannst du mal mitnehmen. Und dann siehst du hier unten, so Outlines, wo man das quasi placen kann. Und da müssen wir dann halt so gucken, was da sinnvoll ist. Oder, dass wir in alle Richtungen irgendwie abgesichert sind. Ich tapp ja mal nach hinten. Also, die Schicht. Nach vorne. Nach vorne fokuse ich. Irgendwo ist da noch so eine High-Voltage-Fire. Mache ich mal. Mache ich mal hier vorne hin. Ja, das müssen wir nur nach hinten gleich ein bisschen selber gucken. Also eins, das hier drüben guckt, der nach hinten. Ah, okay. Die du auf drei hast, diese Heavy-Weapons, die sind halt super stark, aber die kannst du halt nicht so oft benutzen, dann sind sie irgendwann weg, wie der Granatwerfer und so. Für die findest du auch keine Munition mehr, wenn die leer sind. Oder hier die Kettensäge zum Beispiel. Und ansonsten Primary und Secondary ist selbst erklärend. Oh ja. Bin jetzt schon traurig, da oben lag die ganze Zeit eine Armbrust, die hätte ich gerne genommen, aber ich glaube, die Sturmgewehr ist jetzt gerade schon besser. Oh, 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 oh! Wo kommen wir hin? Hilfe! Ich hab das mal von hier unten erledigt. Dankeschön. Ja, so Special Zombies gibt's auch, wie du wahrscheinlich gesehen hast. Äh, ich hab grad schon einen von Chris runtergeschossen. Oh, da kommen sie noch. Hier ist Munition in dem Fall. Du wirst von allen meinen Granaten getroffen, Christian. Das sag ich dir nur jetzt schon mal. Woah. Oh, oh. Oh, oh. ZOLO BOOTAS! Wo ist denn eigentlich ein Egel? Oh, der kommt noch rein, oder? Ja, warte mal, ich bin bei ihm, diese armen Roussinger, guck mal. Ja, aber das zählte, das ist ja auch nicht geil. Das ist ein 3, warum hab ich denn ein 3 keine Möbel mehr bekommen? Das ist ein Heavy-Walken, wenn du einen hast. Nein, hab ich mal gefallen, also... Ist das hier noch zu viel? Ja! Ich glaub, ich probier mal die Amos aus. Oh, warte, ich hätte dich heilen können. Warte, warte! Warte, warte! Nee, warte, warte! Ich glaub wir nehmen noch mal ein bisschen Money, oder? So weit warst du vorne, oder? Hm, da unten geht's ab. Du kannst deinen Crossbow noch mal mitnehmen. Zimten, oder? Dann nicht. In der nächsten Web hast du eh neues Tier. Hier ist ein Sportcarabiner, eine Panzerbaus ist hier. Willst du die Möbel an? Nee, ich hab keine Handwerfer. Und du die doch, du hast doch keine 3 dritte Waffe, hast du gesagt. Nämlich, wir holen einen Sportcarabiner. Ja. Ich fand den nicht so gut, noch nicht mehr zu langsam. So, nee, jetzt kann man noch... Ach, jetzt müssen wir noch ein bisschen zufragen. Oh, das ist ein Ansatz, ja. Für was? Schwere Waffe oder was? Hm. Und hier ist noch... Eine Kampfspruchflinte? Die ist doch nicht schlimm. Oh, das ist ein Schettelflint. Ja, schießt die Maschinen. Durch, Junge. Hm? Gleich, wenn wir es durchverschießen, wir. Ich würde Klingel, die Scheiße, denn... Nein, das ist auch eine MP... Äh, Maschinenpistole. Du hast gesehen hier. Hier liegt die. Hier bei mir. Es wird sich jedes Mal anders, wenn er sagen würde, Can you get us to N-Wood? N-Wood. Die Vorhalle von anderen Zombies befreien. Aha. Also ich hätte C4 im Angebot. Also ich hätte C4 im Angebot. Also können wir es da runterfallen lassen? Nein, ich könnte es da runterwerfen, aber nicht so. Ich könnte es da runterwerfen, aber nicht so. Dann müssen wir einfach hier oben den Ausgang sichern und den... Oh, eh, hier ist noch ein Baitrate bei mir. So, ich muss mal zurückziehen. Oh, shit. Der Volver... Oh, shit. Der Volver... Oh, shit. Der Volver... Der Volver... Der Volver... Der Volver... Ja. Ich muss eben gucken, was hier hinten noch so ist. Gasbag, moving in! Oh, oh. Wie kommen... Wie können die denn hochkommen überhaupt? Ja. 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 Ich würde jetzt einfach mal was runterwerfen. Aber ich würde eigentlich in die Mitte gehen, weil da kann ich noch mal neues C4 holen. Ja. Ja. Dann schießt wohl die eine Richtung und nicht die andere. Oh, no. Oh, god, nein. I fucked up. Ah, raus hier! Ich habe den falschen Mehrwaffe warten, wo sind wir noch ein? Dann nehme ich auch meinen Rocket Launcher an, wenn der... Äh, Ding... NEIN! Bin ich? Hier oben, warte. Ach, das ist doch bescheuert, ey. Ich... Ich... Was? Oh, ich habe bestimmt genommen. Dann stehe ich mit meinem Granatwärter. Bin ich bereit? Ja, ich kann keinen zu tun. Oh, doch. Bereit? Jetzt. Ja. Du bist bist. Ich werde dich doch nicht rennen. Du bist in der Wand. Ich l Rosie. Ohhhh, shit. Ich bin mit dem ich mir nicht reinget. Ja, hier ist noch eine Ja, ne, das ist noch eine Plankrate Oh nein, ey, wo kommen die denn immer her? Das sind immer diese scheiß Riesentypen, ey Wo ist er denn jetzt hergekommen? Naja, der hat sich jetzt einfach mal hergefliegt wahrscheinlich Naja, der war hinter dir ganz knapp Naja, ich glaube wir können abgeben Das war's, oder? Ja, vielleicht ist er so ein Screamer Fuck, fuck out of here Tschüss, der Schaden Ist das noch ein Wack, oder? Mhhm Häh Jaws that bite, then claws that catch Who will wear the jammer on my son? Hahahaha Crazy son of a bitch Oh well Crazy son of a bitch with a train Bum bum Hahahaha Aber ich muss sagen, mir gefallen die Zombies So ein bisschen wie bei 20 Days Later Ja, so ein bisschen wie bei World War Z halt, ne? Ja, das auch Aber den hab ich noch nicht geguckt Gäb's doch mal einen Franchise, mit dem wir das vergleichen können Ja Ich hab auch keine Ahnung, was es sein kann Hier ist ein Sturmgewehr Gekram Probier aus Ich heil mich mal eben, hier gibt's ja Zeug zum Was sollen überhaupt diese Zahlen? Wir haben doch keine 2000 Zombies jetzt gerade umgebracht Doch Ich glaub schon, ja Doch, alleine dieses Atrium Das sind schon viele die Oh, hier ist auch noch ein Scharfschützengewehr wieder Hall Wo? Und ein Geschützturm Ah ok, man levelt die Waffen, die man benutzt Und levelt die Klasse, in der man schon geht Ja, ne, hier ist ein Geschützturm drin Ok, dann sollte ich Also ich hab grad die Klasse einfach nicht gewechselt, hab ich übersehen Äh, was will ich denn sein? Kein Höllenfürst auf jeden Fall, das bin ich schon Ach so, man muss jetzt hier ne Da ganz klassisch Bin ich halt Arzt Mit einer Stimpistel bist du dann bewaffnet Was kann die Stimpistel? Ich hab keine Ahnung Ich glaub, die macht die einfach für eine Zeit lang ein bisschen geiler so Die Füße-Rechnung ist auch ganz geil Das ist schön, dass Viagra reinhaut Mach dich halt ein bisschen geiler Guck mal, ob hier unten noch was ist, ja? Uh, Claymores Oh, wir können ein Stacheldraht platzieren Hast du welchen oder das? Ja komm, ich nehm's mal Ich bin jetzt die ganze Zeit der gewesen, der da unten gedauert wird Wir haben nur einen Wir müssen überlegen, wo wir den hin tun Und wer hat den Pfandkraft geklattet Wir müssen wieder nach oben Ja, oder hier irgendwo die Maschinengewehre stehen Ich würde das hier kein Dings funktionieren Game capture mal hier Holy Guacamole Hast du jetzt eigentlich grad die Schwierigkeit in der Stufe hochgestellt? Kann das sein? Ne Ah Ich hab einfach nur gespielt wie der größte Bob Ne Äh, jetzt in dem Level nicht Aber ich hab nur rechts grad so drei Totenschäde gesehen auf dem Level Aber das kann auch sein, dass es Boah Boah Das beschreibt, wie der das Level so generell ist Ach, du von hinten nicht mach von vorne Ich mach von hinten ja Ich hab gerade eine Knochen geschossen und der ist vier Meter nach hinten Let's investigate Was für Ninjas die alle sind Was für Ninjas die alle sind No noise No noise No noise We ain't alone Ja, das war's, oder? Ja? Die soll alle da reinfeuern. Mit den Machine Guns, einfach. Wartest du noch mal rein und um Munition aufbinden? Jetzt noch mal eine Chainsaw, wenn du mal mit aufbinden. Oh, das ist cool. Was? Du? Gabroon! Gabroon! Oh, das Virus Sample. Das nehm ich mal wieder mit. Ich hab... Da hinten ist noch irgendwo ein Dings, ne? So ein Breaching Kit ist hier auch nochmal, ne? Hast du das, Jan? Ne, ich hab das Virus Center für die sweeten, sweeten extra EP. Also letztes Mal war das hier gewesen, aber... Spawn, die haben wir tatsächlich. Jemand ist offen, ja. Dann machen wir rein. Keep talking. Der Mod regelt. Der Mod regelt. Na ja, der Taschhauern mal wieder. Ich hatte noch C4 vergessen, das muss ich so nennen. Waffen, Junior. Was denn? Das müssen wir in einer Minute alle Switches einmal ziehen. Na, ich hab den hier oben direkt. Okay, the next Switch might unlock it. Ja, ich seh einen. Ja, da muss ich jetzt rein. Oh, hier ist auch ne Waffenkiste. Ja, der ist bei dir unten, Tim. Ja, ich hab da gerade ein bisschen was zu tun. Oh. Nee. Ich würde mal sagen, ein Gun ist ne Gun. Wie ein echter Philosoph versprochen. Ja. So. 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 consent. Jetzt muss ich kurz ein Kettensäge mitnehmen. Sonst könnt ihr die nicht hinzubekommen mit der Kettensäge sehen. Ach so, wir sind direkt laut. Okay, alles zurück. Komm mal her. Äh, was will denn jetzt, was die Stimpis macht? Lade nach. Ein geiler. Hat der Wickerbock schon gesagt. Was denn? Dass die Stimpis still ein geiler macht. Ja. Basic Knowledge, stimmt. Na, okay. Boomer? Mach dieses Mama hier vorne die Maschine an die Auditorial Screamer wieder nach vorne. Boomer, schnell, hustet sie an! Nein? Okay. Weißt du was ich meine? Dieses Polizei-Schwoppel. Und hier Jokern und dann auch los. Okay. Nee, Mann. Fighting the good fight. Aid for effort, Jan. Dankeschön. Vielen Dank. Hier ist noch eine Heavy-Shotgun hier drüben. Als Heavy-Weapon. Hab ich schon. Gibt's hier noch Turrets? Hier ist noch eine Sprengladung. Ja, hier ist einer. Am besten nach hinten. Kann ich den überhaupt mitnehmen, oder leg ich jetzt meinen... Nee, das kann ich nehmen. Nach hinten fand ich am besten, weil die, die von vorne kommen, die kommen eh hier die Wände hoch. Soll ich den hier hinten hin? Ja. Ausdünnen. Dass der hier nach innen schießt. Ja, genau. Ach, genau. So. Ist er überhaupt eine neue Turret? Nee. Machen wir mal eben suchen. Ich nehme... Wie benutze ich denn die Sprengladung, wenn ich auf Medi... Entschuldigung, Tim. Sprengladung? Ja, ich habe eine Sprengladung. Die war links neben dem Medi-Pack. Aber ich konnte... Also ich kann die mit 4 nicht setzen. Ja, ich weiß. Ähm, mittlere... Mittlere Maustaste war gar nicht noch was? Warte mal, das ist eine Breaching-Charge. Weißt du das, oder? Ah, ja. Stimmt. Heißt einfach Sprengladung. Dann müssen wir eine ganze Tür aufmachen. Genau. Da kriegen wir noch zusätzlichen Loot. Nehmt euch mal die Heavy Weapons. Hier liegt noch eine Shotgun. Was ist das für eine Heavy Weapons? Nee, ich habe den Granatwerfer hin. Dann schieße ich erstmal leer. Da drüben liegt nämlich auch noch mal einer, also. Und ein Flammenwerfer liegt noch da oben irgendwo. Äh, Julian, warum stehst du? Was, wie, wo? Mach's auch gut. Oben liegt noch irgendwo ein Flammenwerfer. Ja, wir sollten alleine anfangen. Hier auf dem Dach oder was von der Hütte. Ich hab... Oh, Quack. Irgendwo, ich hab mal vergessen, wo den Namen. Ja, aber starte mal, starte mal das Ding. Wo warnt der? Ich hab den doch gesehen. Egal. Let's go. Ich guck mal nach vorne, die mir etwas auskommt, also kommt. Alle. Oh, we don't miss him. Oh, we don't miss him. Komm, wir gehen? Ich bin hinter dir. Du hast gesagt, ich soll kommen. Nein, ich komme, habe ich gesagt. Ich hebe den Reif hier. Nein! Ja, das ist doch besser Ich kann mich mal eben frühen Soll ich mal irgendwie so ein Netter heilen hier? Soll ich den Angel aufhängen? Machst du den? Nee, ich weiß nicht, ich weiß nicht, verkehrt bin ich nicht Ja, dann kann ich das vielleicht Ja, die wollen wir echt nicht schauen What's happening? Hier oben sind Zombies, ich bin zur nächsten Piste Wohh, Wohh Wohh, Wohh, Wohh Wohh, Wohh Easy Peasy Also wussend die Aufenthaltsstablen sind wir? Wussend um. Snap! Snap! Du schimmst die Aufenthaltsstablen oder wie ich mit einer Aufenthaltsstablen Ich bin schon noch die Aufenthaltsstablen Das ist ja gut Ja. Ich muss mal sehen, wir fragen, wie lange es hält. There is no way down. Wir können UNMÖGLICH hier drüber. Nehmen wir noch einen Raketenwerfer. Wollen wir nur, wenn ich den Flapwerfer finde, oder hat den jetzt schon jemand ge-used? Hier, hier, hier. Kommst du? Hm. Aber hier. Wenn ich nämlich lieber da hin will, der ist glaube ich ergiebiger. Dankeschön. Achso, hier ist, genau. Die kannst du breachen, die Tür. Schon dabei. Was ist eigentlich damit? Schon nochmal. Ja, muss. Ja, das hätten wir vorher machen müssen. Oh. Können wir den nicht einfach mitnehmen? Ja. Oh, schlagen wir den Zug ein. Vielleicht filmen wir uns für mich ja noch. Dieses Heavy-MG, das fand ich eigentlich auch sehr gut. Oh, ich übernehme auf jeden Fall die Conventshot dann wieder mit. Ja, davon hätte ich auch noch eine gehabt, aber ich probier mal das MG aus. Wir sind einfach schön zerfetzt von dem Ventilator. Oh, das ist Gas. Hier hinten ist nochmal ins Waffe. Äh, Secondaries. So eine schöne Secondary-Hutsi. Ich glaube, der Secondary-Crenade-Lounger ist gut, weil der fliegt sich ja dann auch nach, wenn du an eine Flüche zu gehst. Ich fliege ihn immer mit. Ist halt nicht so silent, aber... Don't screamer. Irgendwo. Spann. Spann. Oh mein Gott. Ja, zu schauern. Ja. 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 Ach krass, du kriegst für jeden Scheiß EP, ne? Mhm. So lebt es auch deine Waffen immerhin. Das ist jetzt hier, jetzt wäre er schon da. Oh shit! So, ich bin bereit, du auch. Ich frag mich ob ich jetzt hier dieses Ding, wo man sich die Teile kaufen soll. Ich füge immer erstmal einen anderen. Das ist in der Höllen, wo ihr rumführt. Ja, die Höllenfürst bin ich. Das ist der Spenken. Okay. Mal gucken, wenn der Revolver hält. Hier ist auch kein Key. Ach so. Warte mal, Jolie, ich mach mal eben noch kurz nen Drink fertig, ja? Auf jeden Fall. Alles nur, weil die keinen halben Meter runter springt für mich. Ventilation is working! Gas dropped! Let's go! Next level should be safe. We gotta be quiet in here. We gotta be quiet in here. Okay, wir gucken mal, wenn der Revolver hält. Das ist echt gut, diese Secondary Uzi. Da kommt schon wieder ein Digger. Habt ihr ja noch mal das Routine-Charge? Oh, das ist ja gar nicht. Oh, das ist ja gar nicht. Jetzt hier haben wir ja wieder das Screamer ziehen. Ah, wo geht's hier hoch? Hier. Ah, schön. Der Screamer stand oben auf so nem Gitter. Ich hab ihm von unten ne Granate unter den Fuß geschossen. Ich hab den Schlüssel und den kann kurz oben gehören, bis er, äh, bis er gewenntet ist. Ja, fucking zu schauen. Verreckt da unten halt wieder. So. I was one lost here, I'm blowing my brains out. Waiting isn't going to help. Let's climb down. Through the tunnels. Ah, did you guys catch up with Roy yet? Gingerfatter, about five, seven. He owes me money. That's a good time, Stevie. Can't move without everyone. Heeeh. I'm coming. I'm coming. I'm coming. Oh. Oh. I'm coming. I'm coming. I'm coming. If you've created me. What? Oh. Oh. Oh, my God. Nicht besonders gefahrt. Das ist ganz schön für den Pistol. Ne, ne, das ist einfach ein normales Health Attack. Wenn ich das benutze, heile ich mehr als... ...das ist das normal. Der Handbrücke, komisch und geleuchtet. Ich bin immer noch Arzt, egal. Ich will fast weiter Arzt sein. Arzt sein. Go. Ja, ich bin auch Arzt. Ja, voll. Und jetzt aussehen. Die Stimp-Pistol, ich starte mit einer. Aber das liegt bei Muni auch immer dabei. Also ich kann bis zu drei Charges haben. Was kann die Stimp-Pistole, Tim? Hast du das nachgefunden? Ne, aber die gibt auf jeden Fall sowas wie Rüstung. Ja, genau. Das ist okay. Und ich hab grad mal durch den Skill-Tree geguckt. Und später gibt's so Sachen, dass du quasi instant jemanden damit wiederbeleben kannst. Und solche Scherzen. Das geht auf jeden Fall schnell nach oben in diese Tür. Das ist ja schade, dass man nur mit mir spielen kann, ne? Das ist ja schade, dass man nur mit mir spielen kann, ne? zwei Minuten gerückt. Schon war vorher lustig, wenn ich an den Zombie füsste, ja? Jan V ist nochmal dieses Spiel, was auch der Gegenstud. Ich sehe da wohl vier die Montalga-Spiel und einer das Monster. ich wollte ich wollte ja eigentlich das das sind zombies man ich bin gerade fast in den kopf geschossen das sind einfach nette leute hier ist noch mal breaching? hat irgendwer was? na 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 das ist alles nur weil wir keine zwei Binnen-Binnen-Binnen-Binnen-Binnen-Binnen wollen hier ist eine Double Barrier-Shotgun brauchen wir noch ein Net-Kit? nein da kommt ein heilig ich bleibe bei meiner Shotgun oh T könnt ihr das sehen? ja sieht so ein bisschen aus wie irgendein eigen von Dead Space ja das ist auch einfach komplett sinnlos ich weiß nicht das ist zum Markieren von Sachen wer schießt denn hier wieder an? die lauter ja hier ist ein Switch das ist ja ganz gut ne doch die mal davon hier oben ist denn noch T3 äh ganz das ist für mich gut ich will eben gucken was hier hinten drin ist im Team oder? doch ne Stationary Machine Gun nichts hier hinten ist ne Kiste ja komm äh ich hab übrigens ne Reaching ja und ich hab hier hier ne Machine Gun aufgebaut zum also mischen äh das hat dann was jetzt geschickt der ist wahrscheinlich in der Mitte oder? wo ich jetzt stehe ja dann haben wir halt dann haben wir zwei Ebenen pfff two degrees of suckage also die hier an der Seite die waren scheiße das weiß ich nicht wir können jetzt nur noch also machen äh Zombies ja egal ich mach die einfach unten in der Mitte die wird hoch nicht gut genug schwenken können ich mach sie jaa ich kann sie 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 äh Julian kommst du hier hin? die sind 80.000 Zombies jetzt kann ich dir schön verhint den Rücken schießen du? 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 ich mach die rechte Seite ich mach die linke Seite mit dem Maschine Gun ey ich probier's Schießer oder ob das würde ich drauf schießen 6B komm komm ich hab gebraucht die ist in Ordnung weil ich Shortgunne schwere oh man ist er Der T-Shon, ey will er mich auch mal irgendwie... Ja, ich verreck hier einfach. Gut, dann gehen wir halt nicht an die Maschine. Ja, der hat halt... Du musst noch einen Schalter finden. Ja, jetzt ist er wieder frei. Ach, ja okay, geh du mal rein, genau. Den Schalter fehlt noch 20 Sekunden. Welcher denn? Links. Na, hier oben ist er. Ja, wo muss man hinten kommen? Warte, was ist das? Hä, man kann man diesen Tunnelbohr-Maschine anbauen. Oh, hier ist ein Streamer. Na, er hat schon mitgerufen. Warte, er herfällt. Der Train hier verteidigen, Leute. Wirst du das machen? Ja, das ist hier. Der Train ist safe. Auf jeden Fall zu der Seite. Hä, irgendwie hab ich noch eine andere Waffe genommen. Warte mal eben. Ich will die aber nicht. Die warte mal neben. Dann kommen noch mal welche. Was ist das hier? Was ist ein Team? Warte mal. Ich hab den häng borges. Also. Das ist aber ung. Wie ist das? Da bin ich Ausflucht. Das hier ist ja ziemlich gut. Aber da war wohl noch ein MG drin. Hier ist eine MG, äh, MP. Ich glaub da... Ah, da oben ist noch so ein Pedal. Oh, das ist eine MG-Sache! Ah, ich glaub das ist... Noch mal einen auch leise machen, Lilian. Gegen hier? Ah, okay. Oh, Klammler. Hm? Vielleicht nicht. Ja. Was ist ein Scherzgeks? Ja. Was für ein Boy. Kein egal. Ich hatte gerade die Panzerfaust aufgehoben. Ich hätte einen halben Zug in den Luftgeher. Ja, und dann wäre niemand escaped. The true solution. Helping Hand, alle null. Als absoluten Ego-Zeit-Trinker. Die kommen von oben, ne? Yeah, Demolitions-Expert. Und das als Demolitions-Expert. Oh, Moment. Oh, ich glaub ich hab noch zu früh was bei... ... Komm schon, ich benutze so viel die Copper shotgun. aber euer boi hat natürlich wieder das virus mitgenommen das ist für die angabe any water used by you or your teammates can kill 25% more targets aber nicht mehr schaden oder eine größere fläche sondern es werden einfach 25% mehr leute umgebracht how very american of you was will ich denn hier mal verbessern überhaupt keine ahnung ich hab nur genug geld welche probleme stellen sich mir nicht hol die ab was ist denn hier los was sollen wir den noch mit aufnehmen denn jazzo nächste sprengladung juni hätten wir jetzt nicht auf ready drücken ja gut dann kann der noch mal ist ja jetzt hier noch nicht set noch mal raus will der jazzo noch mal mitmachen was denn wollen wir sie oder was ja ich hab's ja nicht umsonst gekauft gekauft das ganze geld was da reingeflossen ist ich hab auf kaufen gedrückt du hast place order gedrückt für nul euro dann hat die epic wie die bitch die es ist wieder für deinen einkauf einkauf gedankt ich hab mal durchgezählt ich hab über 90 spiele mittlerweile in der bibliothek nichts ausgeben das eine spiel das ich jemals von epic gekauft habe war die letzte episode von the walking dead und es hat nicht funktioniert dann habe ich's refunded nice es konnte einfach nicht gestartet werden epic games der ultimate kackstor ich frage mich auch nicht ob die sonst das geld verbrennen würden wenn sie nicht die spiele sonst raus bringen würden ich kenn auch keinen der da was gekauft hat doch ich ich hab control da gekauft ne cold exklusives sind halt ja vor sich vor sich wie bald bots einfach wie so kleine hündchen davor stehen bleiben ne kippensägel das wird burn have fun with your trains hey du hast uns gerade das leben gerädet aber fick dich ich schieße jetzt auf oh guck mal ha 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 Ich stagge einfach den Bubble. Oh nein, ich stagge mich selbst. Okay, dann erstmal back to main menu. Ich hab den Irrsinn überhaupt nicht in der Friend List. Aber ich... Aber ich habe ihn. Ich also rejecte alle bei... Ey, du... Du hättest doch nicht rausgehen müssen. Jetzt kommen wir wieder rein und dann mach ich dich zum Party-Leader. Sonst ist das doch wieder der... Ich bin gerade rausgegangen. Ah, fuck. Bist du wohl? Nee, ich bin ins Hauptmenü gegangen. Und dann hat's mich aus der Party geschmissen und jetzt hab ich grad, als ich die einladen wollte, kam der Party in mein Tor. Und dann wurde direkt wieder gecancelt. Ich lad mich wieder nochmal ein. Ja. Do it. Yes. So, und wenn du mich jetzt zum Chef machst, dann lässt du sehen, was passiert. Dann kann auch gar nichts mehr passieren. Trotzdem hab ich den Irrsinn eingeladen. So, ich kann dich auch gern wieder zum Lieder machen, Jan. Dann kannst du das alles so einstellen, wie das nach deinem Gust so ist. Vorrang. Wir fangen wieder bei vorne an. Nein. Oh nein. Nein, tun wir dich. Das tut mir ein bisschen an, ey. Ja. Also, Yasin, to set the stage for you. Das ist ein Spiel. Wir sind vier laut Mahup New Yorkers, die alles und jeden hassen. Und haben uns grad durch einen Wolkenkratzer nach unten auf die Straße gemetzelt. Sind in die Subway gegangen, um dann da von einem crazy führen mit der Subway irgendwo hingefahren zu werden. Und da sind wir jetzt. Okay, und der crazy Irr ist nicht zufällig, Brad Pitt. Nein. Er ist einfach nur ein random crazy Irr. Okay. I see. Der eigentlich ganz funny war, aber irgendwie versteht von unseren Charakteren keiner Spaß. Und alles, was sie machen, ist aufs schärfste Gliding. Oh, das ist einer. Hallo. Immer mehr. Oh nein. Change Class, was mach ich denn jetzt hier? Ja, so machen wir einen Donut an, wenn die anderen Boys hier den Crab spielen. Ich spiel jetzt auch den Crab. Ach, du Kacke. Das ist disappointing. Du kannst ja auch einmal in deinem Leben zu den Cool Kids gehören jetzt. Ja, wenn ich das Spiel jetzt hier herbeischnipsen könnte. Ja, kannst du. Du kannst buchstäblich herbeischnipsen. Wie groß ist es? 30. 27 oder so. Und warum habe ich jetzt eigentlich eine Asiatin? Ist das irgendwie Diskriminierung oder? Wie viele Leute kann man das spielen? Wenn du Asiaten das gut findest. Wie viele Leute kann man das spielen? Ich bin dicker Latino. Was soll ich denn sagen? Ich bin ein dicker Latino. Und was für eine Klasse spiele ich jetzt am besten? Ist das irgendwie... Ja, guck halt mal. Also, was braucht ihr denn? Oder ist das Scheidegar? Fixer. Fixer wäre noch ganz geil. Aber du musst jetzt nicht verändern, was für dich am geilsten aussieht. Slasher hört sich doch gut an. Der ist noch mal. Der hat Maria vorhin mal gespielt. Aber ist auch gut. Okay, Slasher, let's go. Slasher eher so. F kannst du Nahkampfangriffen machen. Ja. Rechtsklick ist zielen, linksklick ist schießen. Eins ist deine Pistol. Zwei ist deine laute Waffe. Drei ist deine Heavy Weapon. Du sagst es so, als wär eins nicht die laute Waffe. Normalerweise nicht. Bis man einen Granatwerfer in die Hand kriegt. Bis man einen Granatwerfer in die Hand nimmt, ja. Jetzt musst du mal auf Ready drücken. Mhm. Sobald du bereit bist. Ready, ready, ready. Jetzt hat er das Video gefallen, was ich dir geschickt hab. Was für ein Video? Mit der Natja. Ach, das Gothic-Video? Ja. Na, ist gut. Mit der geilen Natja. Ich find den... Aber den Beat... Mit dem... Mit dem... Du weißt nichts... Nur weißt du nichts davon. Das wär nicht richtig geil. Ja. Ja, der ist auch gut. Ich hab schon einiges erreicht. Hab dich jetzt Läfer gesiegt. Xadas tot. Deine Mutter tot. Nur weißt du nichts davon. Ich bin der Größte. Du bist nicht wichtig für mich. Du bist hier genau. Ja, ich sag nur... Das macht dann 50 Gold-Studio. Okay, hier sind bleibt. Ja. Ich bin der Größte. Ich bin der Größte. Ich bin der Größte. Du bist nicht der Größte. Ja, der ist auch nicht. Der ist auch nicht. Wir haben uns in den 9. Cirkel der Hell. Bitte, gattere deine Wohlinge. Danke für dich für die Fahrt. Stevie. Will ich mich schön fühlen? Oder sollte ich einfach nur kurz auf dich rumführen. Hey, von nem Zug hast du aber nix erzählt, Babbel. Achso, doch, hast du. Das erste, was er erzählt hat. Das war der Crazy Train. Sind wir jetzt hierher gefahren? Hier drüben geht's. Und warum bin ich der Slasher, wenn ich nicht mal ne Mini-Waffe hab? Drück F. Machete-Time. In New York liegen auf jeden Fall in jedem Supermarkt Machetes aus. Deswegen hat aber jeder eine. Ah, er ist nur mit dem Crazy. Also er soll mit der ersten Waffe schießen. Ja, oder er macht sie wieder. They're on to us. The jig is up. Überhaupt nicht on to us. Und hier gibt's schon mal direkt ein Crossbow. Ah, Mann! Was ist denn das für ein komischer Balken, der da immer so voll geht? So diese vier Punkte. Das ist dein Leben. Ne, ich glaub, er meint den in der Mitte, oder? Ne, in der Mitte, ja, ja, genau. Ah, Ausdauer. Für die Nahkampfangriffe. Ah, das macht Sinn. Okay. Ja, ja, ja. In der Mitte? Ja, ja, wenn du F drückst, dann kommen sie kleine Punkte. Ach, die! Oh, ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Hm, ich bin schon unten. Warte, ist hier unten irgendwas geiles? Ja, aber nur ne Munitionskiste. Sonst hab ich nichts gesehen. Die Zombies rum, die Munitionskiste. Auf der anderen Seite. Die kann sich halt. Ja, aber es kam ja noch keine Horde, Wilds. Ich spreng diese Tür hier, oder macht das keinen Sinn? Hast du denn ein Kind dafür? Ja. Oh, ja, dann bitte. Nach dir. Du jetzt halt. Ja, welch war das jetzt? Ja, welch war das jetzt? Die. Was soll das kriegen? Hier ist ein Dicker. Okay, what the fuck. Ja, eben. Nee. Oh nein, jetzt geht hier die Giftwolke los. Alle raus da. Keiner da war. Heal Bumboin. Würde ich's machen, oder was? Nee. Bitte nicht. Ich hör nicht gehalten. Ich hasse halten. Wie kann ich diese Stationery Machine Gun aufstellen? Wenn wir gleich an eine Defend Position kommen, dann siehst du so Outlines. Ich glaube ein bisschen rein, Julian. Wo man so Waffen aufstellen kann. Da gibt's noch ein paar andere, aber die finden wir uns schon gleich. Wissen Sie der scheiß Screamer? Da oben? Oh mein Gott, sie kommen. Das ist schon wieder ein Screamer. Ah, warum fall ich hier runter? Oh Gott. Oh, das war der größte Fehler meines Lebens. Ich muss nicht sagen, das war der letzte Fehler meines Lebens. Oh fuck. Das war's wirklich. Okay. Get off! Shhh. Paper neutralized. Thanks. He had me. Hup! 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 Ein bisschen aber ganz schön schnell hier. Das sind nicht so lahme... Da geht der Topside hoch Wie auch immer, dieser Zug hier hochentgleist ist. Wo renn ich eigentlich hin? Wo sei ihr eigentliche? Wes Nobody hinter dir hinter dir, zurück! Du hast schon direkt vor mir, du bist falsch abgebucht. Oh. Hallo. Da drüben gibt's nix. Ich brauch definitiv ne bessere Knarre. Ja, gibt's aber was. Hier gibt's ne neue Combat Shotgun. Lass mal auf Yeso warten. Ne, ist deine Sword zurückgefallen. I'm here. Zurück geblieben, meinst du? Ja. Ja. Wo ist er denn da? Ist da drüben noch irgendwas vielleicht? Das sieht so nach vorne, ist das alles. Du musst zunehmen. Ja, hier gibt's ne Breaching Charge. Jawohl. Und ne Waffe gibt's hier noch, ja. Gibt's ne Revolver und ne SMG Primal. Den Revolver nehmen, würde ich gerne nehmen. Ach, dann leg ich ihn hier wieder hin. Ja. Dann hab ich zwei Schmutz. Nein, hier sind die U-Valanaging. Na, was? Wie, wo? Hier ist die Tür zum Aufschmücken. Achso, da links. Hey, sind wir direkt raus? Achso. Ja, die haben uns direkt gesehen, also. Wird immer mehr leise sein. Oh, shit. There's no way we're getting over this fence. Äh. Warum jedes Mal ich? Ich weiß nicht. Nur weil ich schwarz bin und der Typ im Kopf ist, wa? Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was die freuen hier oben. Das weiß ich gar nicht. Ja, ich glaub, es wird sich gleich hier oben, wenn wir das nicht verheißen müssen. Alter, wie groß ist denn diese Giftball-Gate immer? Hm. Also da... Hier hinten wurde er ziemlich gut in Charge gemacht und da gibt's nicht nur ein Baraffen, ne? Hier ist noch ein Auto-Turret. Ja, da ist es doch. Treffen wir da oben. Wo zeigt der hin? Nach innen, hier. Ja, nach innen ist immer gut. Oder... Wollen wir uns irgendwo... Speziell... Verschanzen? Wir können auch da oben... Da wo Tim... äh... Wo er so steht? Ja, wo ich die Tür aufgemacht hab. Ja, ich glaub, es sind auch zwei hier oben, zwei da unten. Ich stelle ich den hier so hin. Okay. Hey! Get to the train control to start it up! Achso, und ich halte mich mal gerade vorhin. Okay. A gun is a gun. Ich bin zufrieden. Was ist denn diese Waffe mit drei Schuss, die... mit dem mittleren ausfassen Ding? Das ist... das ist Equipment. Das ist halt bei jeder Klasse unterschiedlich. Ich weiß nicht, was... Hast du ne Sprengladung, Julian? Ohhhh... Julian, hast du ne Sprengladung? Oh shit. Oh, holy shit! Julian, mach mal hier auf, bitte. Ich hab keine. Oh, hier ist dann... So, hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Achtung! Oh shit! Wo kommt denn hin? Was ist das hier, oder? Ich hab nur noch 46 Schuss im M.G. Der M.G. ist leer. Das ist ein Block. Oh ja, das geht ja richtig rund, wenn die an diesem Zaun hängen. Ja, ja. Boah, wie viele sind denn das bitte? Fuck. Oh, oh. Oh, von hinten. Oh, oh. Oh, oh. Julian, wir müssen mehr unsere ... Umgebung nutzen. Hier sind 1000 Geschütztürme noch, die wir denn aufbauen können. Ich schieß doch die ganze ... von den Geschütztürmen. Nein, diese automatischen Dinger. In der Erde. ja ja klar aber wir haben auch voll viele einfach noch nicht auspackt so ich will hier oben sollen überhaupt die zombies dringen in den zahlen viele danach kommt Nö, die sind doch keine Alben. Alter! Äh, wo seid ihr? Müssen wir runter, oder? Ne, müssen wir nicht. Das ist einiges. Wie kommen wir da von hinten nochmal? Ich glaube, wir müssen. Ja, ich glaube auch, wir müssen hier durch. Alter, da kommen so viele noch. Fuck, raus hier, ey. Ja. Runter, runter. So, hier noch. NLG, keine Ahnung. Was ist das? Raketenwerfer, oder was? Das ist ein Major League Gaming. Ja. Ja. Schon wieder ein bisschen. Da haben wir ja noch in der FB gedekt. Mit... Ich glaube hier müssen wir einfach rein, dann geht die Tür zu. Jetzt hätten wir mit Yasuo das gleiche machen müssen. Oh Mann, hier geht's einfach direkt weiter. Never leave a dwarf behind. Holy shit, ey. Mein Gott. Desinfekt. Ja, ich heil mich mal gerade. Ehhh... Den hat's aber achten, der zwirbelt hier. Vor allem hat er auch keinen Kopf mehr. Jetzt haben wir... ...PDW... ...Geneigt. Ist doch Machine Gun Fan. Was ist das für ein Granatwerfer das, was ich hab, gell? Diese... mit dem 8 Schuss. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht... Sieht's aus wie Granate? Macht's Buchen wie ein Granatwerfer. Was bringt das denn, wenn ich eine Waffe auf dem 2 hab? Kann dir da irgendwas tolles oder was? Ist das Stärke? Okay. I don't want the fuck to this. In this fucking zoo I ever saw. Klasse, ich bin wieder in. Side ist ganz schön. We need too much noise. They're coming through! Go, go! Nice, das ist eh egal. Die andere Sprecher ist der Klasse. Ich mach den Demonstration. Typ. Tim, du bist ein Arzt, ne? Ja. Alter. Spielt einer, der euch Revolver hält? So, wenn ich nicht Juli höre. So heißt es halt auf Gold. Ja, ja, so heißt Juli. Erste Klasse. Nicht jeder Klasse. Alter. Es ist gut, dass es keinen Friendly Fire gibt, man einfach wie ein Depp da reinhalten kann. Äh, es gibt einen Friendly Fire. Ja, so. Oh, okay, sorry. Hahaha. I'm sorry. Ich überwunder mich, warum ich schon wieder fallbar bebeld. Wie viel Granat werfen... Oh, da kommt ein Dicke! Alter, ist das unangenehm! Werder? Ich bin immer noch auf ein leichtes Verstehenskopf. Ja. Auf welches Weg hat er gerade gespielt? Ja. Auf welches Weg hat er gerade gespielt? Auf dein leichtes... Ich. Total untermann gewöhnt. Haha, shut up. Mettkir! Am Start! Fucking Animals! Hahaha. F***ing Animals! F***ing Animals! F***ing Animals! Ich. Komm, äh, Raus in Straßend. Ja, das ist jetzt die beste Idee. Was, hessischer... hessischer Finanzminister tot an der Bahn gefunden? Ja, absolut. Es ist ein Payload-Rifle! Ja. Warum? Ich hab's getriegen gesehen für die Corona-Krise und hab's gedacht, was geht immer. Hast du was über Springen gedreht? Wie kann man aus? Was denn? Nein. Wie runter denn? Ich muss mal über Springen, einer von. Ich glaub, die roten Finger ist nicht gut. Äh, lass uns mal einen. Ich glaub auch. Ach, du bist nicht mehr drin. Ich war jetzt losgegangen. Klar, Tim. Sind sie gut oder nicht? Oh, jetzt renn doch nicht durch die Claybor, ey! Warte doch ab, man kann die Capture. Wait! Der Tim muss erst mal 15 Claybors auslösen. Hast du bekommen? Ja. Muss ich jetzt aber neu starten oder kannst du jetzt einfach reingehen? Ja. Das ist aber nett, dass man sieht, wo dich... ... wo dich... ... wo die Claimor auslöst. Der Reiche ist aber gehebend. Okay, Folge 1 ist doch fett. Kapitel... Folge 1, Kapitel 3. Was macht denn diese Färgern? Licht. Wahrscheinlich sind es gleich überhand. Fack dir gar nichts. Was ist eigentlich unsere Motivation außer Überleben? Müssen wir... haben wir den Aufkommen oder was? Warte mal, ich sterbe an irgendwas. All-Voltagegrade systems... Hahahaha... Ich komme!!! High Voltage-Grid-Defence-Kit... Heil Voltage-Defence-Kit, okay... Ich habe einen Clip! Ich Harfe Br representiert ist nicht so. Wartar-Fire kann man auch rufen... Oof, nicht Inن. Ich glaube hier erstmal... Ich hab auch noch mal ne Beschwingte an die, wo ich flähen kann. Die fläße ich aber mal in die andere Richtung. Wir kommen! Ja, ich komm! Komm an! Los! Sehen wir mal leise, Julia? Ich versuch's mal, Julia. Ich glaub, ich hab die schlechteste NG hier aufgestellt. Ich glaub, hier kommen aber keine. Oh, ne! Von da oben! You're here! Okay. War das High Volt Kit schon gestellt? Nee. Oh, die kommen hier links durch den Zaun. Die MGA kann einfach nicht auf den Zaun schießen. Was ist das denn? We can restart. Ist das schlecht? Okay, ich melde mich frei wieder. Ah, ich muss mich desinfizieren. Ich hab fast keine Munition mehr. Ja, me too. Ja, ich hab auch die Munition mit zwei. Ist eher die ersten optimalen geblieben. Oh, Hilfe! Hier ist ein Dickensammel. Hallo, ich bin in Hamburg. Hier! Hier ist es! Hier ist es, was sie in Schreven, man. Hier ist immer noch die Erkrankung gefahren. Hier steht aber original einfach da, wo man ihn nicht erschießen kann. Du hast keinen Schrengladung mehr. Deploy VoltageGood. Das mach' ich jetzt einfach mal, ne? Ich versteh dich doch nicht. Du hast keine Sprengladung, oder? Doch, aber nicht für Türen. Wie viele habe ich weggeschossen. Wie viele. Ja, rechts kommen sie wieder. Jetzt gibt's nur ein Medkit reinhauen, oder? Okay, jetzt geht's weg. Bleibt auf eurer Seite vom Zaun. Das ist Amerika hier. Leute, ihr müsst wieder hier zurückkommen. Wir drehen gleich alles zusammen. Rennt hier unten gleich alles weg, Mabel. Wir drehen gleich alles weg. Nein! Hilfe! Ich komme! Warum bin ich so rot? Hä, warum bin ich so rot? Hä, warum bin ich so rot? Ich bin roter. Ich glaube, werde ich zum Zombie jetzt, oder was? Ja. Ja. Ach, jetzt bin ich ein Spektroler-Motor. Ja. Ach doch, mein Dinger. Ja, ich war bis zu viel. Oh, zum Boden! Nein! Nein, Tim! Lauf weiter! Du schaffst das ohne mich! Lauf! Du bist der letzte, der noch lebt! Geh einfach! Jetzt geh doch! Ach, du kannst nicht gehen, solange ich noch im Sterben liege. Das ist aber natürlich sehr unglücklich für dich. Ey, ich habe keine AP mehr. Ich bin rebooted! Äh, re... Schmeif! Ja, dann kannst du jetzt erst richtig weg! Leute, kommt hier? Jetzt wird aufs Boot, Mann! Lass den Jan liegen! Was? Warum lässt du mich liegen, du Schwein? Und dann fahren wir weg! Ja! Unglaublich! Ja, so, mein Mann! Hold on! Gibt's echt ne Penalty eigentlich dafür? Danke! Das hoffe ich! Mich einfach so gut zu lassen! Ne, ich meine, dass ihr öfter... Kann ich mir echt nicht vorstellen, dass es ein Penalty gibt. Die Fischer können doch schwimmen, oder nicht? Es gibt nur Chief, und... Es gibt nur Chief, und leave the Fags behind! Every Fag for himself! Ja, ja! Most Zombies killed... Oh, Mann! Nicht weit unten! Brasil! Wie viele habe ich getötet? Ja, man hat auf jeden Fall nach der Runde hier die kaputtesten Knie der Welt die ganze Zeit nur abschleicht. Ja... Ein Glück, dass ich noch etwas kurz gemacht habe als Feuerwehrmann. Scharfschützengewehr... Oh, aber ich kriege einen dicken Performance-Bonus, na klar! Panzerfaust! Nur faul am Boden gelegen, ganz ehrlich! Die ganze Zeit... Nix geleistet! Fucking Socialist! Ist da was drin, Julian? Ja! Hehehe! Mein Zombie war auf jeden Fall... Die Medikett ist drin... Das war's aber auch... Die du einfach auf so einem halbtoten Zombie viermal in den Torso schießen musst... Oh, nice! Das ist kaum... Ja... Hier ist noch eine Waffe... Ja... Kampfgewehr und... Scharfschützengewehr... Ich wollte mir kurz noch was zu trinken... Oh ja... Ich auch... Hier ist noch ein Granatwerfer... Und jetzt bist du schon im Runterladen? Nee... Wenn du... Wenn du hörst, wie viel Spaß wir haben... Das bringt mir ja nix... Solange man das nur zu viert spielen kann... Ah ja... Dennoch... Nee... So... Nee... Wo soll ich denn bei den Dings aufbauen? Wo weiß ich was? Ich muss einfach hier... Wegraben... Ich bin gestorben... Sorry... Willst du mich heilen, Vikram? Dann kannst... Heilst du dich ja auch... Nein, ich bin... Nee, bist ja nicht mehr... Ich bin kein Arzt... Lass mich nicht durch, ich bin kein Arzt... Kein Arzt... Ich hab das nicht gelernt... Wenn ich andere Plaster aufklebe, dann hilft das nur noch den anderen... Deswegen mach das nicht mehr... Wenn irgendwo eine MPS ist... Ach die Ficker... Von den scheiß Stadtwerken gießen... Ich kotze... Was denn? Haben sie das Wasser abgestellt? Das... Nein... Das... Ab kommenden Montag gilt... Der Busfahrplan... Von Samstag... Das heißt... Ich darf jeden Morgen... Wenn ich Frühschicht hab... Kann ich nicht um... Viertel vor fünf... Da sein... Sondern um 20 nach fünf... Ich mach mal jetzt hier go, ne? Ja... Ja, warte... Noch nicht, noch nicht... Krass da aus... Weil keiner mehr Bus fährt, oder was? Ja, anscheinend... Außer den... Scheiß Fickern, die zur Arbeit müssen... Du kannst ihm ja mal nett... Aber ich schrei... Dass du... Dass du... Dass du im... Lebenserhaltenden Gewerbe bist... Und was der Scheiß soll... Oh, ich bin... Ich bin komplett woanders... Wieder gelandet... Das Problem ist ja nicht, dass ich... Zu spät zur Arbeit kommen... Sondern zu früh... Also... Ja... Ja... Ganz genau... What the hell... Ja... Aber das ist ja auch ne gute Begründung... Weil du musst ja deine Kräfte schonen... Damit du... Warte mal... Das Spiel geht los... Unready... Mal bitte... Bevor der hier so... Noch nicht da ist... Unready... Okay... Ich bin da... Okay... Ja, okay... Mal... Dann drück du doch auf Ready, Mann... Oh, Mann... Jetzt... Wer hat denn gesagt, dass ich gar nicht da bin... Du alter Tees, ey... Ich dachte, wir warten hier auf jemanden... Keine Ahnung... Auf dich, Mann... Ja... Boah... Also ich glaube, auf der nächsten Schwierigkeitsstube... Ist es nochmal ganz... Glaubst du? Ja? Ist das so, wie Schwierigkeitsgrade funktioniert? Ja... Ich hab da mal ein Buch gelesen... Der Schwierigkeitsgrade und ich... Von... Christian Bubble First... Nee... Ups... I did not... Also jetzt mal ernsthaft... Was ist denn unsere Mission eigentlich? Zombies killen... Überleben... Eigentlich... Repopulate... Okay... Find the one woman... Wären dir die Romans-Option nicht hergezeichnet, oder was? Femshap, add it again... Mass Effect... Seines Ziel ist... Medicare for all... Ich seh's vor mir... Die Dialog-Options in der Zombie-Apocalypse... Meine Mission ist, meine Mutter zu finden, die vor... Griechenland auf der AIDA feststeckt... Ja, wir stecken auf der AIDA fest... Ja, ja, Diesel... Der gute Boots-Trennstoff... Bin Diesel... National-Trennler... Er growlt einfach in die Engines rein... Ich denke, von allein an zu laufen... Warum sind schon wieder Trains? Warum denn die ganze Zeit Trains? Wir stehen in New York nur aus Bahnhöfen... Die hatten halt die Models von Trains... Die müssen jetzt weg... Ich hab hier 50 Trains gemodelt... Und jetzt willst du mir sagen, wir machen das hier in Asiatown, oder was? Ich warte nur drauf, dass da irgendwie... Wie viele des Burk-Campaignen kommen... Da sind es auch wieder auf 10 Trains... Ja, schön die Metro... Natürlich... Oskar... Oskar... Ist so gewilligt drauf gesprüht... Und dann... Lass uns gehen... I like Crane... Ich verlasse das Depot... Oh ja... Oh ja... Ich verlasse das Spiel hier... Weil es recht... Bisschen... Bisschen... Ohne Vorweinung... Gedenkt... Oh... Ich glaub die Kampfer... Nee... Dann geht man nachher nochmal... Und jetzt raus, oder? Ich fürchte was nicht... Arm... Mir liegt eine automatische Kampfsprognete... Frage... AHHHH, NEIN.... Das möchte ich einladen... Das wird dasciamo잖아요... Der liegt... Wex, derников... Pois noch mal raus... Let's Go, der? Quid! Oder? Main Menu hab ich jetzt mal gemacht. Achso. Hier ist ne Kiste? Ne, doch nicht. Skip. Ach, Horde-Mode gab's auch noch, genau. Jetzt sind alle raus. Ist einfach keiner mehr in der Party. Ja, weil wir uns erdreistet haben, ins Hauptmöde zu gehen. Dann lad doch wieder ein, Jan. Do you think? Ja... Warte mal, Jan, ich fick mal ja so grade im Dings hinzu. Hm? In die Party? Nein, auch als Friend. Du fügst ihn hinzu. Nutzername ist YZN. That's me. Yessn. Auch genannt, Yessn. Yessn. Das ganze wird ein geist für Jujo von One Piece. Jan. Bitte? Wenn ich mich pikiert hab, dass Jud Whittaker und Ethan Wolf bei der Jerusalem-Kampagne das heißen. Und Jan meinte, soll die jetzt alle irgendwie wie heißen? Das ist Schlomo, Goldberg, Rahel, Fein, Feinstein. Schlomo war ich. Schadrach, Bischof und Abennego. Ich hab... Ich fänd's auch einfach gut mit dir an, dass das so ultra-orthodoxe Juden werden. Mit diesen langen Koteleten und diesen schwarzen Mänteln. Ich fänd's. Ich fänd's. Aber das ist jetzt automatisch. Ich fänd's. Auf jeden Fall. Und einfach so die Klagemauer freischießen und alles. Ui, wei, gewollt! Yessn, nimmst du die Freundschaftsanfrage auch mal an? Ich hab keine bekommen. Ich hab doch gesagt... Yessn, du willst erst noch etwas über Jujo zu sagen, Jan? Der Erso hat ein Fake-Schilder. Äh, ich will erst genau... Ich will erst mal wissen hier, was... In welche Richtung das hier alles geht. Erstmal... Ich würd' sagen, erst mal ein halbes Jahr E-Mail-Kontakt. Und dann schauen wir weiter. Ich muss dich adden, weil ich hab's wirklich ausgeschalten. Wie hieß denn dein Display-Or-E-Mail-Adress? Wohl! Das kann ich hier nicht im Stream volllesen. Das ist... Das ist doch Buh-Boy-Zero, oder nicht? Mein eigener Name wird mir selbstverständlich... Ihr nicht... Request Send! Ja, okay, da ist er nämlich... Das ist Bum-Boy-Zero. So, einmal... Was mich total verstört ist, dass ich jetzt bei der Co-op-Campaign... Bei dem Hort-Mode... Da steht irgendwas von Reward 9000 von diesen gelben Punkten. Bei Gott... What the actual fuck? Damit kannst du doch alles freischalten. Ich nehm' wieder... Sonnenbrillen-Boy... Ich nehm' wieder C4-Boy... C4-Boy-Zero. Ich hab' gerade dein Match-Making, aber ich bin nicht in dem Match-Making. Ja, es dauert. Okay. Es dauert einfach so... Ich hab's vorhin gesehen, als ich aufgemacht hab' bei Maria... Schön, jetzt! ... es hat mir eine halbe Minute gedauert. Bist du... Kannst du nicht vorgehen? Oh nein... Fuck. Nein... Nein... Nee... Jetzt muss ich den blöden Fischhorn spielen. Ich will den doch nicht. Ich will jetzt doch nicht. Nee, ich wollt' mal durchwechseln, weil wenn du die Charaktere alle einmal spielst... Ja, dann kriegst du die Backstory. Ja, genau. Ja, das ist mir was auch wichtig. Wenn man irgendwas unlocken kann, dann wird es unlockt, egal wie scheiße es ist. Weißt du noch, als bei WoW es diese kurze Teilspanne gab, wo jeder alle Waffen hochleveln konnte? Und dann hast du Magier gesehen, die komplett episch waren, die vor Dalaran irgendwelche Ahle erstochen haben. Deutsch oder sowas. Ich weiß doch, dass Tim sich dann irgendwo hingehockt hat und mit seinen Fäusten irgendwelche Leute verbrüht hat. Scheiße, ey. Diese kurze Zeitspanne, also die ersten vier Jahre oder so. Ich wette so, wenn du irgendetwas spielst, was richtig gut wäre, und du würdest... Das Spiel würde dir sagen, okay, du kriegst ein Achievement, wenn du im Real Life sechs Stunden in der eigenen Klinge sitzt, dann würden das Leute machen. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Vor allem, Babbel sagt das sofort wie jemand, der einfach angepisst ist, weil er das selber gemacht hat. Ja. Und der Herd ist nett, aber... ...hilft an anderen Dingen. Okay, ich glaube, wir sollten einfach rennen, Julian. Wir sollten einfach rennen und Leuten in die Fasse schießen. Ja. Du bist bestimmt einer, der hat Angeln und Kochen auf Legendary. Ich? Nein. Was denn? Du natürlich, da muss ich gar nicht nachfragen. Ja, what the fuck? Hier. Mach's gut. Komm mal, Kuiper. Das ist hier kein Eingang. Das ist... Hier hinten gibt's noch ganz... ...entscheinend... ...dann drin. Ja, ich muss... Help! Hau ab da, hau ab da! Waffe! Ja, ich hab's... Es gibt nichts mehr. Hier sind nochmal Waffen. Hier sind Secondary-Waffen. Ehhh... Nehme ich mal die... ...die Doppel-Paris. Immer... ...mehr Shotguns sind immer gut. Kann man da irgendwas aufbauen? Warte mal, wieso gehen wir da jetzt hier runter? Wir mussten doch gerade da hoch. Warte mal, ey, wir sind noch... ...wo Spannungsnetze? Warte mal, aim. Geh rauf. Ich hab's gecaptured. Oh shit! Help! Danke. Willst du einen Flammenwerfer haben, Julian? Ich bin tot. Hier oben noch. Ich hab keine dabei. Ich bin tot. Ich dachte... ...ich hab's in die Hand mitgekriegt, dass wir da runtergehen. ...sache warten, ey. Müssen wir jetzt aufbauen. Da glaub ich, da... ...da kommt man nicht mehr hoch, ne? Achso, ich dachte... ...okay, ja... ...ich hab's in die Hand mitgekriegen. Ne, ich glaub du bist verloren. Und ein Screamer Äh, müssen wir respawnen Geht mal durch die Chirots, dann können wir mal ein bisschen chillen Okay, Julian, hast du noch irgendwas? Oh Gott, nein! Du hast keine Sprengleitung für die Tür, als du gesagt hast, ne? Da hinten kommt der Bull Ja, let's fuck it up Er schießt sie doch Ah, er kommt immer noch Soll mich schießt nicht auf ihn Ach, hier weiter Der Screamer steht einfach mittlerweile am anderen Ende der Web Der Screamer steht einfach mittlerweile am anderen Ende der Web Die Zombies kommen trotzdem her Ich glaube, ich habe gerade dich umgebracht, Tim Kann sein, ich bin doch hier nicht schon wieder auf Du bist ja hier selbst Hier sind Waffen Ne, keine Waffen, nur eine Chainsaw Whatever Da hinten ist der Screamer Da hinten ist der Screamer Da hinten ist der Screamer Boah, wie soll ich, wie soll ich in den Screamer hinten kommen? Boah, wie soll ich in den Screamer hinten kommen? Da hinten ist der Screamer Ja Das ist schon mal Warum bist du schon wieder so laut, Tim? Kasse Ja, weil ich mitten in der Horde gespawnt bin Natürlich Hier oben gibt es Waffen, Buni und alles Okay, let's go Brauchten wir noch ein neues Madpack? Ja, die gibt es hier auch Dann lass mich das Ding geben Achso Na gut 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 Jetzt gibt es nämlich Autos im Peck noch mit dabei Wenn du so ein bisschen auf unten schießt auf die Basis von so einem Turm dann kollabiert der so ein bisschen Siehst du das? Julia? Nee, ich hab gerade hier 800 Zoll gesungen Alter Also, auf die Schot hat einer einen äh Breach-Kid Weil wir können hier den Ballung aufmachen Ja Ja Und hier hinten ist noch ein Medipack Ja Also auch für euch nochmal Es ist wirklich gut wenn ich euch die gebe Weil bringt mehr und bringt mehr Leuten was und gibt euch an uns Ja? Okay Da kommen Zombies Ja Hat einer verstanden was der Infektor macht? Ja der spittet sich an und dann müssen wir diese Ja Wenn ich wüsste selber das ist ein Zombie glaube ich Ah das ist das wo man sich desinfizieren muss? Ja genau Ja genau Ah ok Ja Komm Du hast ja wie die Hände wach 20 Sekunden lang Ja In Corona Zeit ist das ja ein Witz Ja Das ist halt ein irgendein Papa Das ist ja Ja Das ist echt so So Plague Inc. wird erstmal aus dem Playstore rausgenommen weil total unangebracht Epic World War Z ist umsonsten Plague Inc. hat übrigens jetzt das Modell geändert Ja weil wir leben Und ich sitze da die Leute retten noch nicht Also du kannst auch in andalativen Playmode machen Weil Leute rettest Ja Hier hinten äh hier vorne ist noch mal was Aber das ist nur ein Scheinhaus im Playstore verband oder jetzt überall Nee hier nicht Ich hab's jetzt noch runtergegangen Ey weg haben wir schon jetzt da kommst du Ja Tschüss Zombies Ja Da vorne sind nur mal Secondary Äh Leute 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 Wow Julian Ich bin hier am Anfang Wer schießt den hier mit der Panzerfaust Das sind nur Krabber Guck mal der da ist immer Der ist links Ah Screamer da unten Ja 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 Oh nein, Claymos! Oh nein! Nein! Schon traurig, dass der dort um die meisten hilft. Oh ja, stimmt. Versuch's dir alle wegzumachen, der hat ohnehin selber und ich schütze den Kopf über ein Einreisen. Ach, du hältst deinen Maul. Danke! Da. Man kann ihn nämlich kaputt schießen. Ja, ja, los schützt es mich. Du sagst, du sollst warten. Du hast ihn in deinem Körper... Ich heil mich mal. Das wird zu hot hier alles. Ich schlag vor, du tust dasselbe. Ich muss den Arzt heilen lassen. Kurz weg, ja? Ich bin gleich wieder da, okay? Okay. Julian tot. Ja, ich bin gerade nicht im Dienst. Ah, okay. Ah, da. Endlich wieder eine... Endlich wieder eine G-Garage. Eine Garage? Ja. Hier gibt's äh... Hier gibt's äh... Hier gibt's nochmal Midi-Packs. Und eine S-Ride. Willst du mich heilen, Tim? Sehr gerne. Okay. 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 Ah, der Yerso ist schon heiß. Hahaha. Der Yerso kann's gar nicht erwarten. Der ist äh... Der ist äh... Der ist mit der Breaching-Charge. Und hier gibt's auch nochmal Waffen. Hier gibt's eine Battle-Rifle T3. Oh! Die ist auch so hoch. Die nehm ich mal mit. Ah, Elevator mal wieder. Habt ihr auch alle Mutatoren angemacht? Ja, ne? Damn! Creep! Das sind auch die Aufzüge der Zukunft. Die einfach automatisch losfahren, sobald die vielen Leute drin stehen. Nee, aber es liegt daran, dass die Error steht. Ja. Naja, außer es sind drei Leute und... Naja. Keine Ahnung wie viele Leichen. Ne, die Tür ist nur zurückgegangen. Wir müssen erst mal her. Oh. Hahaha. Von wegen. Hä? Oh, hi! Oh! Civilians... Hi, Voltage-Defense-Kick. Oh ja, das wird auf jeden Fall super funktionieren. Wenn hier... Alles T3... Lass die Civilians die Turrets place, die wissen was so gut ist. Wir haben es so weit geschafft. Das sind die Civilians an die Börse. Ich hab hier noch ein Auto-Zu-Fans-Turret. Ich hab hier noch ein Auto-Zu-Fans-Turret. Guck hier schon. Der nach innen hätte ich gesagt, oder? Das Voltage-Kit packe ich mal hier dran. Ist ja eigentlich scheißegal, ich meine. Die werden ja von überall kommen wahrscheinlich, oder? Ja. Ich mach's mal hier noch ein Turret hin mit ihm. Irgendjemand? Oh, da kommen schon Zombies. Ne, eine kommt zu hoch. Oh shit. Wir müssen hier Begin-Battle machen. Ja. Wir sind ja schon lange hier. Wir haben ja noch Defense, die noch auszustellen. Ja, hier hinten ist noch ein... What? Noch ein Maschine-Gun. Wo ist der Mörser? Ach, der Mörser... Ach, der Mörser... Ich weiß nicht, den hab ich gerade hingestellt, aber nicht benutzt. Ich hab mal gedrückt, aber ich glaub der Mörser dann halt an... Genau, der Mörser dann eine bestimmte Stelle eigentlich. Ich starte mal. Ja. Ich geh an die Maschine-Gun. Maschine-Gun-Gun. Oh ja, von da oben kommen sie. Aber da kommen sie. Alter, wie sie da runterkommen. Jemand... Jemand muss sie flägern, äh... Jemand... Also... Jemand ist... Oh... Jetzt nicht mehr. Ich hab immer die Felder. Ja. Es ist zu close. Ja, ich kann nicht über den Zaun schießen. Oh, das war's schon? Das war schon die Maschine-Gun? Ja, du musst das fassern sein. Ein Schuss pro Minute, jemand. Was macht denn der Screamer, wenn man ihn dann erschießt? Ja, noch mehr holen. Hm. Es wär wahrscheinlich gut, wenn mir mal einer umballert. Seh nicht. Ja, der ist halt. So, ich glaub ich hab ihn. Ja. Als es angehört. Oh, hier kommt ein Bull. AAH! Verdammt nochmal! Der Ding hier. Jetzt kommt ein Stein von der anderen Seite. Hast du noch Muni für die Flare? Nee. Also, die kommen jetzt von hier hinten. Auf der anderen Seite vom Gebäude. Oh ja, stimmt. Ja. Und zwar... ...basically. Oh Gott. Ich bräuchte ja mal Hilfe. Wird schon hinter dir. Hinter dir kommen sie auf das Fenster. Ja. Vorsicht. Wir sind rechts durchgebrochen. Wie du einfach immer vor mir her hinst. Sie ist okay drin. Sie sind schwarzen und alles. Oh shit. Moment. Oh shit. Oh shit. Moment. Vorsicht. Ja. Tim, du kannst bei Gelegenheit mich heilen und dich selber mit. Ja. Wenn du mir wenig effekt gibst. Hab eins aber... Ja. Dann heil ich dich jetzt halt. Oh Gott. Oh Gott. Oh shit. Oh shit. Wer ist das? Oh no. Ach das noch. Hier ist ne Bazooka. Die ist auch noch... Medizin. Oh, hier ist Medizin. Ja, hier gibt's Munition und Waffe und Trieb. Und Medizin gibt's auch. Ja, dann, Tim, nimm dir mal so ein Ding und ein halb. Ich mach mich mal. Ich bin schon dabei, schon dabei. Ich hab eigentlich genau... Ich hab meine Heinz hier von der Spezialverfahrt. Hi! Sorry, 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 sorry. Ich hab viermal angefangen, das zu benutzen. Dann bist du immer aus der Reichweite, glaube ich. Ja, so komm mal raus da. Ich muss irgendwie hier runterkommen, weil wir hier unten sind. Wir haben uns bei der Tür geschützt. Oh, hier oben ist noch eine Machine Gun. Ja, das war trotzdem betrieben. Nein, in welche Richtung denn? Reach, Protect, okay. Die sind hier unten drin. Du musst zum Hauptengang rein hier und die... Oh. Sie läuft wie rauf zur Straße. Die kommen da aus dem Aufzug. Ach, wir müssen sie da runter. Good Lord, ey. Das ist super. Das ist so einfach spannend. Das ist super. Ja, das war weg. Was ist das? Ja, das ist das Hustste. Ich muss auch mal drauf. So gut. Wie ist das hier? Wie geht das Auto? Hier sind Waffen. Oh, Junge! Danke. Danke. Ich hab die Virusprobe dabei, ne? So viel Gas überall. Ich habe die です wird! Was ist denn voll daneben geschlossen? Ja Was ist denn voll daneben geschlossen? Aber war trotzdem geil Wir! Assemblen! Wir müssen hier Assemblen Den testen wir ja Ähm, alle zu der Zone Na komm du Wo zum Geier ist Assemblen? Da ist er Let'em have New York After that? No idea Erstmal nach Jerusalem Ich spiele Moschel Grünblatt Wow, dieser Bombway Zero war ja richtig gut Das ist schon ein ziemlich cooler Typ Oh Gott, ich hab nen Bull bei mir Wie bitte? Performance Bonus? Krass! Ist ja ein Ding Ich glaub den kriegen wir alle Ja Pfff Sorry du diese Freund Nicht, nicht verdient Tatsache, jetzt geht's direkt mit Episode 2 weiter Ja Jetzt will ich aber erstmal gucken wer ich überhaupt sein will Moment mal Mäß Sack Hhhhh Huuuuuuuum Baaaaaah Baaaah Der guck... der coole Daniel Was? Warum ändert sich mein Schade ganz so? Ich war im Eilen. Wahrscheinlich weil er dir auch weggenommen wird. Ja ich glaub du hast als einziger keinen explizit ausgewählt. Dann kriegst du halt das was überbleibt. Mhhhhh. Vikram, Nase am Mikro. Sorry. Ob ich mal ne andere Klasse nehme? Ey Julian, ich glaub wir müssen da durchrennen, kann das sein? Ich hab das jetzt erst gecheckt, dass du bei den Perks aus jeder Reihe immer nur eins nehmen kannst. Ich hab vorher einfach gekauft wie ein Weltmeister. Wie aus jeder Reihe? Aus einer vertikalen Reihe ist immer nur eins aktiv, das mit dem gelben Checkmark links oben. Mhhhhh. Hab ich auch grad festgestellt. Ach soo. Sagst du ja, Fagil, ich schalte alles frei. Ja. Okay, gut, das ist das. Ja, nur um jetzt festzustellen, dass ich das eigentlich alles für die Katze freigeschalten hab. Ich mein, ich hab noch nicht so viel freigeschaltet, aber gut zu wissen. Sind euch da? Geh weiter. Da hab ich China mal irgendwie meine Waffen gepimpt. Wahrscheinlich, ja. Ich würde ja gerne die Armbust pimpen, aber ich müsste erst mal eine finden. Geh bei uns lag eine und join einfach rüber, dann hast du eine. Ah ne, du bist ja selber der Anführer der Gruppe. Ich bin der Anführer. Was ist denn das Bounty Hunter Perk? Ah. Wir hatten die jetzt 50% more damage against Special Zombies. Kommt ihr? Nice. Und jetzt, um eine neue Melee-Waffe freizuschalten, muss ich einfach eins auf Highest Difficulty spiel. Ah ja, schön, dann kriegst du das Wakizashi. Genau. Oder, kaufst du einfach ein DLC, dann kriegst du so ne angemaltes Tomahawk oder whatever. Ja. Schöne Neon-Grün, so wie man seine Axt am liebsten hat. Wenn die nicht Neon-Grün ist, dann fass ich die gar nicht jetzt an. Da schäumt er schon wieder in der Trant, wenn er das hört. Oh, Rescue Dr. Greengold. Wenn Jerusalem fällt, Dr. Greengold in den Süßes stehen wir. Cut off in the heart of the whole city. Kaps, also sie haben Zeit, dieses tolle Transparent da zu malen und uns beugen. Wo sehr a Survivors drauf steht. Ich glaube, das ist Transparent. Ging schon vorher, ja. Ich glaube, wir sind in der Palästinenser-Zone. Felix, wie sieht es aus dem Hotel aus? Hey, warte mal, ich fände mal die Sachen nette. We got a hold for backup. He's dead, if we wait. We gotta get him out now. Ach, jetzt sind wir einfach irgendwelche anderen Boots, oder was? Ja, ja. Aha. Abwechslung in der Story, Wahnsinn. Warte mal, bis wir in Russland ankommen. Warte mal, bis wir in Russland ankommen. Warte mal, bis wir in Russland ankommen. Quatsch, ehrlich gesagt, eher auf dem Ersten. Die ersten Subway. Macht Sinn, ist ja auch World War, ne? Ja. Oh nein! Nein! Hilfe! Keine Angst, ich habe ein Apogee. Jetzt habe ich überhaupt keine Angst mehr. Ja, wir sollten ja irgendwie die Fences aufsetten und dann... Hm. Hm, ich bin fast gefettet. Auf was? Alpha, you woke em up. Get ready! Wie kann man von Staunen weg dieses... Was ist denn das für ein Dialekt? Das hört sich an, irig. Julian, hier ist was, ne? Hinter dir! Er! I've put down some barbed wire! Screamer! Clayball! Ich hab was besseres! Mhm. Was war das bessere? A, VG. Oh, Hör da, Fett! Von hinten kommt auch was. What? Oh, yeah. Aber da, es ist immerhin mein Turret drauf. Was ist das für eine... ...teils Waffe? Das ist das Gewehr. Ja. Das ist das Gewehr. Komm und get in! Ich bin rein! Ball incoming! Stuck him! Creepin' in! G- 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 I hope you're right about this guy, Wolf. Fuckin' Lasers from Space? Was? Fuckin' Lasers from Space? Inside! Now! Block that door! Hier ist ein Automatic Shotgun, Julian. Brauchst du ihn? Nee, ich hab einen Mörser gefilmt. Der Mörser ist aber keine... Den musst du irgendwo aufstellen, ne? Oh Gott! Schrot! Der Mörser ist aber nicht weg. Neben ist erstmal eine Death Trap. Oh ja. Oh, Death Trap! Der Mörser ist auch nicht weg. Ich hol den Anmarsch. Immer noch. Ich höre ihn noch unten an der Treppe. Ah, hier ist nein. Oh! Oh! Hier, den Feuchel ist ja okay. Oh oh! Oh! Damn, they've done that thing! Oh! Never win! Thanks! Oh ya! Oh ya! Hallo! Meine Güle! Oh ja! Hier ist eine Breaching-Gedöns-Charge. Ja, das geht nicht. Die ist auf der anderen Seite. Irgendwie muss ich da... Ah! Okay, ich weiß, wie man rankommt. Ja, hier drüben wahrscheinlich. Ja, genau. Einfach hochlaufen, ne. Got it! Quiet! Too late erstmal. Quiet! These bodies look at least a week old. Wollen wir hier rechts rein, oder links? Prepare! Find the fucking house. Shut me down. Prepare! Oh shit! Are we too late? Juiced! Hello? Anybody alive in here? Barricade. Hier ist noch... Da hinter erst mal eine dicke Claymore. Hier ist noch die zwei ganz. Lock it down! Ich glaub wir sollten eher drüben sein. Mhm. Ich glaub hier draußen ist schon nicht. Barricade! Komm rein! Wir können theoretisch auch in den zweiten Stock machen. Dankeschön. Lifesaver! Oh, da kommen sie schon. Ah, hier oben ist auch der Tube. Boah, Julian, du läufst mal einfach komplett vor mich vor, wenn ich gerade einmal abrufe. Äh, hier ist noch ein Turret hier oben. Put that shit up! Und wir haben eine ganz gute Position hier, glaub ich. Was ist das für ein Nerd? Was ist das für ein Nerd? Du hast doch, du hast doch dieses Supersnug. Was ist das für ein Nerd? Davon. Wie viel mach ich überhaupt diese Claybors? Wovie mach ich überhaupt diese Claybors? Ich glaub ich hab hier schon die Treppe hoch. Ich kann nicht auf ihn schießen, weil so ein bloß Holzgeländer im Weg ist. Jetzt habe ich ihn, aber ich bin halt hier unten auf der Straße. Hier kommen also ganze 100 Schaften rein, ey. Der Club macht mal auf der Straße. Ich muss ja nur die Reste aufhalten. Hier ist eine Munitionsgiste. Dafür gibt es da eigentlich ein Switzer. Das ist dann jetzt gerade das Erste. Das ist ja eben ein Turret. Oh shit. Fuck, ich brauche Hilfe. Ich bin jetzt ein paar Minipecks. Ich bin jetzt ein paar Minipecks. Ich habe hier einfach eine Miene aufgestellt, aber es kommt keiner durch. Ich bin jetzt ein paar Minipecks. Oh Gott. Oh Gott. Alles klar. Yalla. Yalla, yalla. Warte, ich heil mal Tim. Warte mal. Wo ist denn der scheiß Schmarrn? Ich habe überhaupt keine Heavy Weapon. Wo ist denn mein Granatwerfer? Warte mal. Ja, wahrscheinlich hast du das Parknet ausgewählt gehabt. In der Reihe. So war es bei mir vorhin. Da gibt es ja eins, wo du es quasi hasst und bei dem anderen hast du es dann halt letztlich nimmer. Oh. Hier kommt das Bischkick. Oh fuck. Mal die gefunden. Ah. Ja, der haut in der Animation. Ja, der hat imząd. Elke Spinn. Okay, ich bin jetzt der Schmarrn. Ja, der Schmarrn. Ionen Sie mit diesen Schmarrn. Oh. Deine Flammer. Ich bin jetzt der Schmarrn. Sie sehen uns dann der Schmarrn. Ja, mach selber, ich hab nichts Okay Ich überlege auch grad, ob ich es mir drücken soll Ich drück's mir auch mal Hier ist ein neues Bleach in Charge direkt wieder Fullpope Was genau, mach die Flair nochmal Schau, grad eben war's ja in der Mission markiert Aber da war's glaub ich so Ich hab's jetzt nicht mitgenommen Hier ist eine Breaching-Tür Oh, es ist schon wieder ausgegangen Was ist denn das? Ja, die man bei Reddit Mach mal weiter, ne? Ja, da als Nullstand ist Ne, ne Aber dann geht Ewig mal Auf Alpha, I've got limited fuel here Clock's ticking Vielleicht mal Grafik-Krattentreiber updaten Wenn die mit Balken Dann läuft er mit Balken rein, dann weiß ich nicht Hier ist ein Zürmerraum Ich hab eine Briefcase Für was auch Ja, mit dem Launchcode Hier ist ein Flammenwerfer, den du so gerne hast Ja, dafür gibt's dann hier ne Autoshotgun von mir mit voller Muni Das ist der MG, bitch Ja, ich mach mal irgendwo noch ein Drink, ja? Gleich Also nehmt die ruhig mit Die hat schon keinen Schuss abgegeben, was der Ja Rumble Good stuff Bullpup Hier probier's mal Oh 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 nein Ja Was? Runter Save him Bist du jetzt eigentlich nicht so schnell da runter gekommen? Über die Treppe Bist du jetzt geil oder was? Bist du jetzt geil oder was? Im Moment Ne, warte mal, hier drüber oder hier rechts? Ich glaub hier rechts drüber, hab ich nicht voru, oder? Ja, die Ja, hier so Ja, geh hier, silent Oh Da unten ist was. Nee, das ist nix. Hack den nieder. Noch hier mal ne Breastricht? Naja. Wo müssen wir denn hin? Wir suchen die zweite Briefcase. Hoch, hier wahrscheinlich. Oh, ja. Wir hier auch einfach überall die vaccinate. Äh, hier. Wir ist einfach... Like Pottery. Hier ist mein Medkit, falls ihr eins braucht. Äh, ich hab da eins. Wo, das? Ja, das war zum Gringold schon. Ja, das war zum Gringold schon. March, Rainbow Six Lockdown. April, äh, Don't Stop Together. Mai, Crysis, June, Dune, Doom. July, Left 4 Dead. August, The Last of Us. September, The Long Dark. October, Getting Over It. November, Farm Together. Und December, Space Invaders. Jetzt müssen wir ein zweites Mal dieses Ding geben. Nee, wir müssen zum Gringold. Jaja, also das ist ja dasselbe scheiß Haus schon wieder. Nee, da geht's ins Sekt. Jetzt müssen wir den nur evacuaten mit dem Team. Ah. Ich dropp mal die Mines. Check out that Screamer! Screamer ist rein! Äh, ja, es müssen alle zu dem, also. Es müssen Assemblen, genau so. Phoenix, we're coming. Da ist Dina. Das ist so. Nein, das ist der NPC, weil Tim ja raus ist. Aha. Äh. Okay. Mach mir hinten raus. Was ist das, Osefner? Ja, ich würd nur noch eine machen. Ich hör. Okay. Oh, da kommen sie. Da kommen so ein paar viele. Oh Gott. Okay. Ja, ja, auf die Wand. Ja, ja, auf die Wand. Alter. Oh, nice. Hahaha. Let's go. Come on bitches. Geh weiter geht's, oder? Oh, what the hell? Rette Dr. Greengold. Was hast du denn du da auf dem Rücken? Heavy Machine Gun hier. Ja, die wollen schon wieder den Chopper natzen. Hier gibt's einen, äh, Granatwerfer. Noted. Ich verbarrikadier die, die da jetzt einfach draus. Weil die Tussi nicht reinkommen. Ja, die werden hier nach. Okay. No. Oh Gott. My little bitch. No. We got the Breaching Charge. Oh, no there, Phoenix. Yeah, okay. Yeah, okay. Oh shit! Zeke snagged the tail rotor! We're in the Wuist. We're coming in. Halt, das hat er! Halt, das hat er! Halt, fight, over! Check the shot! Payload Rifle auch! Hier ist Munition! Hm, die haben wir nicht geschossen... Schönen Ketten sind hier... Oh, die Ketten legen dann... Was spielst du für einen, Julian? Halt, das bleibt nur eine Frage, den... Höhenfürst... Ich bin doch nur mit mir, der Stor, 1,5... Nein! Ich hab das immer, wenn ich in irgendeinem Zombiel-Spiel Swarm hab... Und alle so, okay, ich mach die Ecke, ich mach die Ecke, guck dir mal irgendeine Ecke an, da ist einfach niemand... Ich denk mir immer, okay, jetzt sichere ich dieses Tor und dann ist einfach so ein Riesentor, da kommt einfach niemand durch... Und dann drehen die einfach 6.000 Leute hinter mir... Jedes Mal so! Oh, shit! Hier ist so ein komischer Splitter-Typ... Hier ist so... Hier ist so... Hier ist so... Hier ist... Gleich... Gleich haben wir's... Oh, nein! Oh, ist das ein Klu? Let's get going! Get to the chopper! Assemble, as handle! It's the only way! Out! Everybody okay? Anyone get beat? I'm okay! Ich bin aber geschockt... Look at them! They never stop! We could fight our whole lives and never make a goddamn difference! I think I can help with that! Heil dich mal, Julian! Nimm den noch ein Dings! Die haben sich wahrscheinlich auch gedacht... Welchen Akzent haben eigentlich Israelis? Ah! Mach einfach jeden Akzent irgendwie da rein! Von einer Franzosen! The hint of und defined! Ja, ich hab jetzt übrigens... Ich war jetzt übrigens in irgendeiner... Waiting List, in irgendeiner Hotline, ne? In der Warteschleife! Und dann war original so ne englische Version von Discipline! Trieide, Trieide, Trieide... Der THieide, Trieide, der TH- Du musst dich drehen! Was bist du total geil! Suck und dat, Bitch! Wie du's einfach skippst... ...schwein! Was? Ich hab gar nichts g... Du willst dich... Ruth, einfach heiden! Was? und er hat alles geskippt und der Dings ist jetzt wieder ne Party bei mir du? oder du? der Dings der Tim also du steh das ist ne riesige Wave ne? ich äh mach jetzt aber mal ne Pause ok wie ist ein Bull? was ist das mit dem Raus los? es ist ja nicht vorigem ja also vielleicht nochmal bis später jawohl bis später boah ist es gut ja ich installe hier grad eh noch neun Treiber also die haben definitiv ein paar Sachen gefixt World War Z betreffend also könnte das gut sein das dann die sind geile Dinger das ist einfach so schön wie einfach wenn ein neues Spiel umsonst ist zwei Stunden später ja nichts funktioniert hier ist ein neuer Bitsch diese diese roten Sachen die man freischaltet die gelten immer für das ganze Team ne ich glaub das sind nur so Meilensteine die hast du ja immer ne also drei auszuwählen Verzeihung ich verzeih dir oh fuck ich hab mich an einem von den kleinen Kokosraspeln im Raffaello verschluckt pfff du scheiße Pussi verdammter Mann was ist was was ist daran Pussengraft ich geh mal grad aus Klo wenn das nicht die männlichste Süßigkeit der Welt ist weiß ich es auch nicht und Raffaello ist das geilste was es gibt die nicht die mannlichste die männlichste pfff oh mein Gott scheißen bis gleich boah Julian ey rennst du eigentlich mit Absicht die ganze Zeit in meinem Fadenkreuz rum oder ja das ist cool fühl ich mich schlank wenn ich in einem Fadenkreuz rum laufe ach ich hab noch gar nicht hier die coole Waffe ausprobiert ich mach hier eine Barrikade komm mal rein ich mach hier eine Barrikade guck mal rein Sind die da irgendwo andere Kisten? Ich habe eigentlich auch noch Statteldraht, aber den kann ich gar nicht mehr platzieren, oder? Hier ist noch was. Noch eine Statteldraht. Wenn die eh jetzt beide weg sind... Ja so? Ist der auch weg? Weiß es nicht. Äh... Achso, ich wollte gerade sagen, der ist ja gemutet. Weil der Bubble ist natürlich... Der ist einfach abgehauen, aber nicht aus der Gruppe gegangen. Deswegen können wir das jetzt im Grunde nochmal neu aufmachen. Ja, ich bin... Wenn ich mit Julian mit dem Dings durch bin, der will ja auch nur noch eins machen. Dann bin ich bei euch bei. Ja, dann wird es ja passen. Der kommt doch rein, der kann. Oder nicht? Ich bin seit ich den... Tim soll mal ein Streamer sein, den mach ich mal eben. Ähm... Ja, der Treiber ist jetzt gerade fertig. Achso. Bestimmt. Wie? Hat der Streamer immer gemacht? Ja, ne? Ich nicht. Ja, das hat mich am Anfang voll verwirrt, dass der Screamer nur angezeichnet, wenn auch gerade ins Scream. Ja. Aber nicht ein paar Mal. Er wäre tot. Dabei war er ja gar nicht tot. Ich finde es aber in der Tat eigentlich ein ganz gutes Spiel. Also... Ja, ich habe auf jeden Fall ein paar ganz pfiffige Ideen, finde ich. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich mir das halt für den Vollpreis gekauft hätte, wahrscheinlich sogar eher nicht. Aber so für umsonst ist das absolut grundsolide. Ich mag auch eigentlich, dass das so ein bisschen schnelleres Pacing hat, als Left 4 Dead hatte zum Beispiel. Ja. Ja, dass es halt nicht nur komplett taktisch und vorsichtig und leise und so weiter ist. Ja, das ist richtig... Also, schon ein bisschen mehr Arcadiger, was ich bei so einer Art Spiel aber eigentlich auch ganz gut finde. Ja, das passt halt auch gut zu den Horden und so, ne? Also, ich finde es einen guten Mix. Und ich wette auf schwere Einstellungen, ist es auch schwer dann halt, ne? Ja. Wenn du dein ganzes Arsenal dann quasi taktisch auch benutzen musst. Ja. Und nicht mehr scheißegal ist, wieviel Schaden frisst du, weil irgendwer retzt dich eh oder irgendwer heilt dich eh. Ich bin halt noch... Ich bin noch nicht ganz sicher, wie das mit dieser Stealth-Mechanik letztendlich ist. Also, ob das nur so vorgeschoben ist, so ja, wir müssen jetzt quiet sein. Oder ob man es wirklich abschnittsweise leise machen könnte. Also, ob du das machen musst quasi auf höheren Schwierigkeiten greifen, weil du sonst... Ja, aber gerade war es halt auch so, keine Ahnung, wir sind gerade zur Tür reingekommen. Einer hat gesagt, oh, wir müssen leise sein. Und fünf Sekunden später, oh, sie haben uns gesehen. Und dann kam direkt so eine Horde. Obwohl wir halt wirklich leise waren. Ja. Aber... Sieht ja auch schick aus, also einfach mal die ganze Mission... Ja, ja, ich bin tot. Hat ja auch ein Kassierer-Team mehr. Ja, ich bin oben bei unserem Missions-Team, ich weiß. Ja, ich hab versucht, den Streamer zu töten. Sache, wenn du soweit bist, Tim. Äh, ja, ich bin im Spiel, ich könnte wieder eingeladen werden. Äh, ich hab dich schon eingeladen. Boah, wie komm ich denn... Ne, war denn... Ah, jetzt doch. Ja, ja. Die stehen doch immer echt schlecht hinter irgendwelchen Mauern oder sowas. Die Screamer, ne? Ja. Das nervt total. Als Office-Affekt. Dann verteidigen wir das Haus und irgendwo... ...wirklich mitten in der Balachai steht ein Screamer. Ja, ich musste grad auch runter auf die Straße, um den zu treffen. Ja, Julian, wir müssen den Schreier töten. Ja, ich verteidige grad unser Missionstarget hier. Ich find die Beschreibung von den Schwierigkeitsgraden gut. Hab ich noch gar nicht geguckt. So, bis... Bis normal startet man noch mit Medikids. Danach... Also, Friendly... Die größte Schwierigkeit ist eigentlich, dass Friendly Fire immer härter wird. Ja. Auf Insane schon. Zombies are relentless. Friendly Fire is unforgiving. Supplies are scarce. Player character will die instantly after one incapacitation. Und Extreme is einfach nur... ...it's the end of humanity. You're not supposed to survive. Ja, okay. Aber das erklärt auch super viele Arzten-Talks... ...die dann Sachen machen wie... ...irgendwie dreimal so schnelles Wiederbeleben... ...oder... Endlich! ...kommst du direkt mit 70% HP wieder... ...statt mit 20... Ja, ja, ja. Moment. Ich... ...lebe halt keinen wieder, ne? Also... ...ist es einfach noch nicht vorgekommen. Ich hab nicht mehr viel Leben, ich verteidige den Arzt. Und... ...gleich erstmal... ...schöne... ...Abendbrot essen. Ah ja, das gute alte Mitternachtsabendbrot. Ja, mein Rhythmus ist komplett im Arsch, ich weiß auch nicht, was heute los ist. Also, ich weiß was los ist, ich wär erst am 5 im Bett und hab bis mittags geschlafen. Und weil ich mit vollem Bauch kein Rad fahren kann, weil ich nach dem Aufstehen erstmal... ...5,5 Stunden Rad fahren. Und dann hab ich halt um 6 gefrühstückt. Also kann man jetzt auch Mittag essen. Ja. Gleich. Ich bin schon überlegen, vielleicht fahre ich morgen nochmal ne Runde. Heute wurde ich richtig hart angepöbelt von so einer alten Oma im Wald. Warum? Weiß ich nicht, ich hab nicht angehalten. Aber sie hat auf jeden Fall sehr erbost, ihre Faust mir entgegen gewunken. Ich weiß nicht, ich glaub, die war einfach pissig, dass ich Spaß hab und sie nicht oder so. Ich meine, ich hab einen riesen Bogen gemacht. Ich hab extra gebremst. Sehr, sehr viel gebremst. Weil ich ja bei dem schönen Wetter doch um einige Leute Slalom fahren musste. Ja. Aber ich weiß nicht, was der Problem war. Ich meine, ich fahre ja schon nur alleine und ich fahr auch nur Strecken, wo bei mir die Gefahr, dass ich mich hinlege, wahrscheinlich geringer ist, als dass sie umknickt. Oder so, auf gerader Strecke. Das weiß ich. Aua. So. Ich meine, joggen gehen und Radfahren und so ist ja alles noch erlaubt. Sogar. Achso, ich wollte die Dönergeschichte nochmal erzählen. Weil ich bin gestern am Spätdienst nach Hause gekommen und ich hab so Hunger auf Döner gehabt, weil ich einfach seit 14 Tagen oder so keinen Döner gegessen hab, weil die blöden Buden natürlich alle zu haben. Hm. Also hab ich natürlich bestellt bei irgendeinem Döner hier um die Ecke zum Liefern. Und das war so um neun, als ich nach Hause gekommen bin. Hm. Und dann stand da schon so 60 Minuten und ich so, ah, okay, die brauchen 60 Minuten, um einen Döner zu machen, meinetwegen. Dann wurde es halb zehn, dann wurde es halb elf und dann dachte ich so, okay, ich ruf mal da an, wo das bleibt. Und dann ging einfach keiner mehr ins Telefon. Dann hab ich auf der Seite geguckt und die hatten halt geschlossen. Und ich so, ihr Hurensöhne, ich hab das schon bezahlt per PayPal und alles und jetzt bringen die das einfach nicht. Und dann meinte Bubble halt auch so, ja, das ist uns auch passiert, die haben bei Subway bestellt. Und dann kam die eiskalt einfach nicht. Dann hab ich da bei Lieferando ein Ticket aufgemacht von wegen, ja, Geld zurück und hier und da. Mhm. Und war mega pissed, weil ich halt auch richtig Hunger hatte nach dem Spätgang. Also hast du auch über Lieferando bestellt. Ja. Ja. Ja, ist mir genauso gegangen, vor anderthalb Wochen schon oder so. Die wurden in Hamburg jetzt zweimal gehackt. Äh, ja, halt Pizza bestellt. Und, äh, nach anderthalb Stunden war halt keine Pizza da. Auch alles online bezahlt, natürlich. Und dann hab ich bei der Pizzeria angerufen und die hatten halt noch, äh, auf. Und die meinten halt auch, seit langmittags kam keine Bestellung mehr von Lieferando. Also gab's da Schwierigkeiten jetzt. Jetzt warte ich halt auch. Das war halt so eine richtige Familienpizza. So ein, so ein Wagenrad quasi für 20 Euro. Jetzt warte ich auch noch auf mein Geld zurück. Ja, aber pass auf, es geht halt noch weiter. Äh, ich hab dann natürlich Ultra-Hunger gehabt. Mhm. Hab mir dann einfach hier so, ich hab Sauerländer Bockbürstchen hab ich halt gekauft mit Aufbackbrötchen. Hab ich mir dann zwei, drei Reihen gefahren, weil ich echt einfach Todeshunger hatte. Und dann wurde's elf, dann wurde's halb zwölf, ne. Du siehst ja, gehst jetzt mal ins Bett. Da klingelt's plötzlich. Ich so, what? Bin ich an die Tür gegangen, da war das einfach der Fahrer. Und war einfach nur so, ja, tut mir leid, ist ein bisschen spät. Ich so, ey, what the fuck? Und ich dachte mir, der hört's. Julian! Der kriegt das jetzt richtig zu hören von mir. So, was das denn soll, so spät noch hier anzukommen mit dem zweieinhalb Stunden an Döner, der einfach schon komplett durchgesaugt ist. Wie komm ich denn da hin? Bin ich runter, schon so ne Krawatte. Steht er da einfach in der Kälte, in der Einsamkeit. Erzählt mir ja, der andere Fahrer hatte einen Autounfall. Und die Familie hat halt nur zwei Autos. Und es sind im Moment so viele Bestellungen, die kommen nicht hinterher. Und jetzt haben sie nur noch ein Auto und die wissen überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. Und ich so, oh nein, so der arme Typ, oh nein, das tut mir jetzt so richtig leid. Ich hab mich richtig scheiße gefühlt, dass ich mich so aufgeregt hab. Hab ihm direkt gesagt so, ja, ich hab's schon storniert. So, ich kann das nicht annehmen. Ich hab alles Mögliche. Und dann sagt er, ach, weißt du was, es ist mir so scheißegal. Nimm einfach das Kind aus Haus heute. Und dann hat er mir einfach das Essen gegeben. Und dann hab ich hier um halb zwölf noch gesessen und hatte schon einfach super viel gegessen. Aber dieser Döner musste halt weg. Und dann hab ich den auch noch gegessen. Und dann hab ich einfach, bin ich mit solchen Bauchschmerzen einfach ins Bett gegangen, weil ich so überfressen war. Dass ich heute Morgen beim Frühdienst noch den Knoblauch-Atem hatte. Und das hat mir so leid getan einfach. Ist jetzt ganz tot oder durch? Sorry. Was sagst du, Julian? Ist jetzt ganz tot oder durch? Nein, ich lebe wieder. Wir müssen die zweite Atemtasche finden. Seht ihr das richtig? Ja. Er schickt einen immer hier im Kreis. Müssen die im Haus sein oder was? Vermutlich. Ich hab jetzt eine. Da liegt doch was. Ja, ja. Ich hab meine Geschichte noch zu erzählen. Ich hab dann halt angerufen, hab mir halt dann am Telefon noch mal eine Pizza bestellt, weil ich die online ja storniert hatte und das gar nicht bei denen angekommen ist. Aber im Endeffekt hab ich halt auch einfach drei Stunden auf meine scheiß Pizza gewartet. Und ich hatte so einen Hunger. Aber ich hatte auch so keine Lust mir selber was zu machen. Ja. Dann ist man in diesem Limbo. Einerseits wartet man drauf. Ja. Der ist jetzt bestimmt gleich da. Aber andererseits, okay, ich könnte mir jetzt auch schon was machen. Ja, genau. Ich dachte halt, ich ruf an und dann sagt er, ja, ja, ist viel zu tun. Er kommt gleich. Oder so. Aber nein, er hat einfach gesagt, ja, ich kann jetzt noch eine neue Bestellung haben. Und die dauert halt eine Stunde, weil viel zu tun ist. Aber ich hatte so Bock auf Pizza. Und dann hab ich natürlich ja gesagt. Und dann noch mal ewig. Ich glaube, dass vor allem, dass die einfach das Ding gerade allen der Arsch auf Grundeis geht, weil die Leute alle scheiß zu Hause bleiben und bestellen wie die irren. Jeden Tag einfach. Aber das tat mir dann schon echt leid, dass der andere Typ anscheinend einfach echt einen Autounfall hatte. So, und jetzt haben die nur noch ein Auto zum Liefern. Und das ist einfach nur alles ersetzlich. Ja, das ist bitter. Ah, ey. Und wir haben von der Arbeit jetzt erstmal gesammelt für unsere Stammkneipe hier in Wiesbaden. Weißt du, wir haben jetzt quasi einen Gutschein bei denen gekauft, den wir einlösen in besten Zeiten. Ja, wir haben das, wir hatten das tatsächlich, also wir machen es immer so, wir bestellen uns was und dann holen wir es halt selber ab, weißt du, in Hamburg. Weil das, was glaube ich einfach überlastet ist, sind in erster Linie die Lieferdienste. Und wenn du es halt selber abholst, dann kannst du das so ein bisschen umgehen, das Problem. Ja, ihr wohnt halt auch, ihr habt ja alles da. Ja. So, mein Pizza-Lieferdienst da zu Fuß, brauch ich nur dreiviertel Stunde oder so. Ja, ja, ja. Ja. Ah, jetzt muss ich noch was hier sein. Was denn? Ne, dann wechsel doch, ich will die Wuschie sein, ich hab das gerade nicht reingekriegt. Wieso haben wir denn jetzt ein Rando da reingekriegt? Weil du nicht auf Privat geschaltet hast? Stimmt. Oh, dann geh ich aber nochmal raus. Ich will keinen, ich bin dabei ja. Das ist Dr. Alex Greengold. Ich mag keine Menschen. Ich glaub wir sind jetzt gleich, wir müssen noch Greengold eskortieren und dann... Ja, ist halt die Frage, wenn wir kommen noch mitfahren. Achso, wenn wir noch im Moment fertig sind, dann sollen wir noch warten. Mhm. Ich weiß ja, wir sind ja gerade beim Eskortieren von Greengold. Ihr könnt wahrscheinlich besser abschätzen, ihr habt das ja schon gemacht. Zehn Minuten seid ihr durch, oder? Wahrscheinlich. Natürlich. Ja, die Leute werden einfach komplett verrückt, ey. Ich weiß gar nicht, wie das immer passiert. Wirklich. Ist das... Ist das... Ist das... Ist das... Also... Ist das... Ist das immer... Bequem hin anstatt unbequem? Ja, aber... Du musst doch echt... Hast du das... Das Mikro wirklich so direkt vor den Lippen? Ja, natürlich, weil das so leise ist, dass ich es sonst nicht höre. Nee, ich... War ja heute auch schon... Schon wieder im Rewe. Und die lassen jetzt mittlerweile nur noch 20 Leute auf einmal halt rein. Ja. Und ich sag mal, das ist nicht überall gleich gut angekommen. Es fielen so Sätze wie... Das ist für eine Scheiße, Alter! Und, äh... Naja. Dann musst du dich halt wieder grüße, Bob. Also wirklich wie bei der... Sowjetischen Brotausgabe, musst du dich da hinstellen, dass du rein darfst. Wir sollten mal weiter, bevor der Hubschrauber gleich kaputt ist. Okay, dann nicht. Ja, okay, wir haben gerade verloren. Oh boy. Ja, irgendwie sind wir da viel zu lange stehen geblieben. Ich war da mit dem Typen weiter und... ... noch zu dritt stehen geblieben. Ja, ich hab die ganze Zeit auf die Zombies am Hubschrauber geschossen. Oh, okay. Aber die Zeit ist halt einfach dann abgelaufen. Oh. Oh, super. Dann komm mal rein. Ähm... Ja, mit... Lass den Loser nach Hause gehen. Komm in das sehr coole Team. Die... ... mit dem... ... hier... ... Personenanzahlbeschränkungen und so. Bei uns hängen überall am Eingang Zettel, dass sie sich das vorbehalten zu machen. Aber vielleicht war ich auch einfach nur zu Zeiten einkaufen, wo nicht so viele Leute einkaufen. Und jetzt haben wir einfach die Anzahl der Einkaufswagen, wenn du mit am Lidl... ... also noch 30, 21 Einkaufswagen oder so und du darfst halt nur mit Einkaufswagen rein. Und der Security-Mann schickt einen auch auf, wenn man zu zweit einkaufen will. Das muss einfach total die goldene Zeit für Security-Firmen sein, oder? Ja. Ich wollte heute während des Dienstes eine rauchen gehen. Und weil einfach alle Ausgänge bei uns jetzt verplompt sind, mit Alarmen, also wirklich mit Alarm... ... dann können wir entweder nur noch hinten bei der Ambulanz, wo die Notfälle ankommen, oder am Haupteingang halt rauchen. Und ich bin bis jetzt immer zum Haupteingang gegangen. Und dann gehe ich da so hin, und dann sagt die Frau von der Rezeption mir schon so... ... ja, kannst du dich ein bisschen verstecken, sonst werde ich wieder angemault. Ich sage, wieso angemault? Ah ja, die Patienten, die sehen von den anderen Gebäuden drumherum, dass die Schwestern und Pfleger und so alle rauchen gehen... ... und die dürfen nicht mehr raus. Und dann kriegt sie die ganze Heat ab, weil sie den Leuten sagen muss, ja, ihr dürft leider nicht mehr raus zum Rauchen. Deswegen müssen wir uns jetzt verstecken. Ja, das ist gleich auf jeden Fall noch viel schwach. Ja, das ist gleich auf jeden Fall noch viel schwach. Jo, das Spiel startet vielleicht, ne? Tschau. Gute Nacht. Tschau. Jo, tschau. Wieso kann ich denn mein Aussehen nicht verändern? Weil wir alle eingeloggt sind mit unseren Lieblingscharaktern. Ja, aber ich kann doch auch jemand anders nehmen, es sind doch 4000. Na, warum bin ich jetzt denn der Dude? Jetzt wurde mir die Uschi geklaut. Oh, wir haben zwei, zwei Melee-Guys. Soll ich noch jemand anders nehmen? Kannst du nicht? Ich weiß noch nicht mal, ob das irgendwie... Ne, macht keinen Unterschied. Großen Unterschied macht. Spiel, womit du komfortabel bist. Gehe ich mal den ein bisschen aus. Es wird einfach... Habt ihr das gehört? Es gab ja jetzt dieses Gesetz so von wegen Geschäfte dürfen wegen Mietrückstand in der Corona-Krise nicht gekündigt werden. Und natürlich die ersten Filme, die davon im Gebrauch gemacht haben, sind Adidas und Deichmann. Und H&M. Weil natürlich Adidas, dieses kleine, winzige deutsche Familienunternehmen, mit seinem... Mach doch mal kurz bereit und erzähl dann deine Geschichte. Achso, ich dachte, ich wäre schon auch bereit. Nein. Erzähl weiter. Naja, auf jeden Fall haben die jetzt groß angekündigt, keine Miete mehr zu zahlen. Für alle Läden, die die haben. Und H&M auch. Und Deichmann auch. Und die haben halt Geld bis zum Anschlag. Die können wahrscheinlich zwei Jahre lang die Miete zahlen und nichts annehmen, weil die halt auch alle Online-Jobs haben. Unfassbar, ey. Und die kleinen Läden gehen alle Reihenweise kaputt. Ja. Das wird echt... Das wird noch richtig saftig, ey. Ja, du hast demnächst überhaupt keine andere Wahl mehr, als was über Amazon zu bestellen. Ja. Weil du es einfach vor Ort nicht mehr kriegst. Das bewundere ich immer. Also meine Eltern, die sind so ein paar Hardliner, die halt echt noch so leben, was sie in Plettenberg oder eventuell nach Lüdenscheid nicht kriegen. Das gibt's halt nicht. So. Hä, du blöder Arsch. Ich bin... Ich kaufe auch alles lokal. Ja, ja. Aber Sachen, die du haben willst, die du nicht lokal kriegst. Die lade ich bei Steam runter. Ja. Ja, das ist schon gut. Es ist doch leicht zu sagen, ich kaufe alles lokal, wenn du nie was kaufst. Das stimmt nicht. Also... Was kaufst du? Ich habe mal eine Kaffeemaschine gekauft. Ja. Und du hast mal ein Kissen gekauft. Das sind zwei Sachen. Ich meine, du bist nicht falsch. Aber warum musst du es so sagen? Ja. Ja. Das stimmt. Das hat... Das hat beim Blau mal gesagt. Und da... Tauscht du quasi nur eine riesengroße namenlose Kette gegen eine andere. Ja. Haha, wir hier runterfliegen. Kann ich dir eigentlich irgendwie die Medikits geben? Geht? Wir haben Zeke im Hintergrund! Schau sie! Alfa, sie sind auf dich! Der Mann ist inbauen! Bist, du bist in die Hand! Wie kann ich dir helfen? Und Mörser! Oh, ein, ein... ...Typen. Und mehrere andere Typen. Ich muss mich desinfizieren Ich habe mich doch schon desinfiziert Ich hab nirgends irgendwo Ach du Scheiße Alter Das sind nicht wenige Schieß sie kaputt, schieß die Mörser Warte Die rennen alle um den Mörser rum Hier kommt er Oh Gott Oh Gott Eigentlich dass es nur Videospiel ist Ey cool, die Geldpisten sind auch hier Oh, da kommen noch mal so viele Boah Oh shit Oh, ich muss raus Zurückfallen, zurückfallen Eigentlich nur das direkt in der Infektionskiste steht Ey Help, Tim Oder irgendwer Danke Achtet sie ab Stopp Das ist halt echt was Ja genau Oh Gott Ich kann hier die Tür mit mir brechen Ja dann, raus Ah, hier wär auch Also Ganz so ganz Oh wow Jetzt einfach noch mal so viel Shit gegeben Obwohl das ist gar nicht schlimm Wir können es mitnehmen zum nächsten Encounter Encounter Mhm Double Parallel, das habe ich schon Ich bleib bei dem Bei dem Silence Ich kann hier wieder versuchen Etwas leiser Bestimmt Hier oben ist Ach ach Achso, müssen wir in den Aufzug Ne Oben müssen wir in den hinten Achso müssen wir alle hier rein Nein, da oben müssen wir interagieren Ja Das ging nicht Das ging nicht bis alle da waren Das ging nicht bis alle da waren Rack doll Rack doll Rack doll Rack doll Rack doll Ausfüllen K Ich bin geraden Oh, ich glaub ich kann hier hinten sterben Danke Danke Komm hier Oh, scheiße War er in die Luft gejagt oder was soll das? Ja, ne, diese komischen Viecher die irgendwie Bomben an sich dran haben Achso, ja Und ich hake den immer einfach komplett in die Sprengladung rein und dann... Ich weiß nicht, ob die andere... Ja, wir müssen hier runter um da hin zu kommen Warte mal, ist hier hinten noch was? Hier hinten ist noch was Hier ist noch ein Bleachable... Die Chisel Äh, wenn irgendwo jemanden aus... äh, in einer Armbrust zieht... Ich hab ne Sprengladung... Ich nehme eine A, jetzt seid ihr natürlich nicht weg... Ja gut, dann spring ich die Tür jetzt hier nicht auf Nichts, oder? Wo rennen die denn hin? Bewegt mich in deinem Gesicht Das war auf jeden Fall nicht der angemessene... ...sense of urgency Ich hab gesagt, ich muss irgendwie... ...desinfizieren... Hilfe, Leute! Warum haben wir hier eine Sprengladung genommen? 100 Leute hinter mir waren RIP, Tim Langlebe, Tim Ich wusste nicht, dass das auf meinen Tonfall ankommt... ...wenn ich KPP verrufe... Das kommt auf nichts anderes an... Oh, please, no, I'm being raped! Get out of there, Kurt Russell! Wirklich... Happy Thanksgiving, Pilgrims! Da ist einer... Hinter der Tür... Ich riefer... Wir müssen hier runter... Ach, schön, hier hinten bin ich... Ah! Warum kriege ich den einen mit dem Faggit-Axent? Oh! I mean, do I need to say it? Der hat sogar seine kleine Kipper hier auf der Dr. Greengold Das Spiel ist ja richtig realistisch Assemble! Assemble! Ja, im Gegensatz zu all den anderen Massakern vorher Ja, genau Mein Gott Vor allem die Massaker, die wir selbst angerichtet haben in den letzten 10 Minuten Entschuldigung Tim Wir müssen jetzt erstmal Munition nehmen, würde ich sagen Medkits hier Oh oh, jetzt haben wir den Battle begonnen Und ein RPG auch Aha Ich glaube, wir müssen uns beeilen Wow, that's a lot of damage Ach, scheiße Ach, scheiße, ey Yes, SWEET Baby Ach, scheiße Vorne ist der Luft, kann man nach vorne gehen Lane down in Claymore Ich habe so eine dumme Sprengladung, aber ich weiß gar nicht, wie ich es zünde Sprengladung? Ja Ich glaube, die muss dann die Türen machen Ja, das ist das Green Chicken Ah, okay Jetzt, keine Waffe Ich bin voll so Dahin müssen wir das Herr Super-Wert weg Äh, hier sind noch 1000, ne? Ah, Rocking Retail, das klingt gut an Advanced SMG, Assault Carbine Hm, ich fand die SMGs eigentlich ganz geil Aber ich will mir auch den Carbine Oh Gott, wirklich Das sind aber ne Menge Zombies Oh, Autoteile sind Ähm, okay Sorry, ich bin alleine vorgeprescht Oh, ich komme Wo seid ihr denn überhaupt? Äh, ich komme nicht, ich renne falsch Ich sammle Autoteile Oh, danke Hei mich mal kurz Ja, ja, ja Bingo Bingo Bring in the parts I think Ha Nein, nein Boah, neun Stück Kacke Flindroer, nice Leute, neun Autoteile, ne? Ja Neun, what the fuck Äh, Leute Oh, Bull, bei mir Bull, Bull Leute Ja, doch Ja, doch Ja, ja, komm Geht zu den meisten Autoteilen Hier ist ein Screamer auf dem Dach Drängt über mir Oh Gott Verrängt sich da jemanden? Ich seh ihn nicht da Ist er? Ah, warte Äh, ich hab ihn Ich hab ihn gleich Ist tot, oder? Ja, ist down Ich muss mich eben heilen Das nächste Teil ist hier Das nächste Teil ist hier Lass du jetzt hin? Ja, ja Hier sind dann noch welche Jan, machst du? Wo denn das? Hier sind noch Carpards, ja Ich kann sie aber nicht aufsammeln Ja, ich mach schon, ich geh schon Ja, komm, welche Gib mir Feuerdeckung Sweet Wir bringen ihn durch, ihr Doc Oh Gott Ich komm Wolle Bleiben Schrei Und wir gehen Uck Wolle 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 Ich geh zu mir jetzt. Tim, nimmst du die? Hast du die hinten? Nee, ich finde den will ich nicht. Oh, ich bin infizient. Okay, erstmal satteln wieder. Finde den will ich nicht, da muss man jemand anders gucken. Ich komme. Pull! Bei dir? Ja. Ja. Danke. Hast du auch nicht gefunden, ja? Nee, aber hier... Oh Gott, nein! Warum? Hier hinten sind noch zwei, genau wo ich liege. Oh, das ist so knapp. Kannst du mich heilen? Ja, also... Hier ist noch ein schweres Maschinengewehr ist hier noch. Komm, die geben die App und dann ist gut. Wo sind die fucking Teile denn? Vorsicht, Klappenwerfer! Wir sind doch weiter! Wir müssen auch Munition nehmen! Nein! Nein! Everybody get in! Nein! Come on, come on! Go, go, go! I'm going! You're too slow! Toughman smell the roses, man! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Would all of you just shut up for a second? I think we're losing. Phoenix, I think we made it. Heading to the base. Be ready. Good to hear your voice, Alpha. We'll be taking five. Jetzt könnt ihr sehen, wie ich allem der Schlechteste bin. Ich bin in solchen Spielen immer der Schlechteste. Und? Ah, ich weiß nicht. Oh, du bist ja Narkampfkiss als, äh, ja. Ja, aber ich bin ja auch ein Narkampfkiss. Du hast einfach den wenigsten Schaden gekriegt. Ja, du hast einfach den wenigsten Schaden gekriegt. Ja, das passiert mir immer. Ja, aber das ist ja nicht schlecht, dass ich... Uh, Sniper-Rifle. Wir haben zwei. Ich will die Ambrose abgraben. Aber ich will immer noch nicht spielen. Ach, und ab da kosten die... ...die Perks 250 statt 150. Das ist ja toll. Hä, warum kann ich jetzt nicht? Hey! Wieso bin ich denn jetzt der... ...der Pappenheimer? Ich verstehe es nicht. Ich muss doch über Customize, kann ich doch... ...Appearance und dann einen Charakter auswählen, oder? Nee. Du hast so ganz oben bevorzugter Charakter. Ach so! Und wenn du da nicht der Erste bist, der seinen aussucht... ...kommt irgendein Heidi daher und nimmt dir deinen weg. Ich finde das ganz komisch. Ich will ja die Uschi spielen, aber die konnte ich nicht auswählen. Ich konnte nur den von dir, Jan, klauen. Tja, da bin ich jetzt die Uschi. Ich kann nur Ethan Wolf oder Judd Whitaker nehmen. Tja, ich bin jetzt die Diener. Jetzt bin ich wieder der Typ. Das will die Uschi sein. Das Beste ist eigentlich, wenn wir alle unzufrieden sind. Ja. Ra-Arm-Bass. Spreche ich aus, wenn ich sage Ra's al-Gui? Was? 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 Isst du aus einem Eimer oder was machst du da? Trog, Jan. Trog ist das. Das sind die Dosen-Erdnusskerne im Richtig-Förn. Oh. Das muss ich dich leider auch hassen. Ja. Alle haben was zu knabbern, außer ich. Außer mir. Ich wusste es. Was ist das? Eine Sekunde bevor es mir sagt. Okay, ob wir zu kümmerleise sein können. Oh, hi. Ich glaube, in einem echten Apokalypse-Szenario würden wir fünf Meter weit kommen, dann würden wir uns alle gegenseitig erschießen, außer sich. Oh, hier ist eine Mine direkt. Oh, man, ey. Oh, man, ey. Ich bin der Helm. Thank you. So, das geht's in hier. Oh, nur Schropp. Ich glaube, wir können die anderen Garagen noch untersuchen. Und ich glaube, da ist noch Stuff drin. Mhm. Sag mal Bescheid, wenn ihr was findet. Es ist auch schon. Ich verspüriere den Dock. Das ist auch nicht geil. Hier ist eine Kiste. Well, it's here. Mit Secondary Waffen. Maschinenpistole oder Double Barrel. But it's sealed from the other side. Ich springe wirklich. Ich springe an die Ammo. Ja, da hier ist noch eins. Hier liegt einfach nur ein Typ drin. Von der Tür ins Nichts. Leute, ich springe jetzt, ne? Jo. Das ist eine schlechte Ex-Person. Oh, da kommen ganz viele. Fuck, ich wollte irgendwie... Oh, Tim, du bist da ganz alleine. So geht's natürlich nicht ab. Äh, die Fancy. Alles gut, Tim. Die Worte hat die Fancy und hier ist nur ein Barbed-Wire. So? Hier, wo ich stehe. Hier ist auch noch eine Kiste und hier sind Tools. Hier ist es. Oh, das hat eine Shotgun. Ich gehe mit mir auf jeden Fall. Ich bin nahe. Ich bin nahe. Ich bin nahe. Ich bin nahe. Nice. Demo nicht. Mösser. Nice. Demo nicht. Das ist so eklig. Wenn die auf dem Stacheldraht verenden und die anderen klettern dann so über die. Oh shit. Ich bin ja schon wieder ganz allein. Oh digger. Zweiter Börse. Oh nein, der geht jetzt nicht so. Ich dachte, da werden voll viele. Wer kommt denn hier von der Seite an? Das wird nicht dauern. Oh, hier ist er auf meinem Weg. Okay. Ja. Oh. Leck mich am Arsch. Hinterbunker. Das ist ein Schärfschutzgewehr. Oh Gott! Hilfe! Wo ist die fucking door? Ich habe mich jetzt erwischt. Oh Gott! Leave me behind! Hilfe! 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 Oh Gott! Eben ein bisschen tief. Oh Gott. Generator! So... Oh, geile M.G. endlich! Interakt! Mach ich einfach mal, ne? Hier ist noch Mediketten. Äh, Medi-Pack. Links von dir. Wir kommen zurück. Raus und dann da hinten. Ich hab's auch markiert. Wie heißt das markiert? Mit T? Ja. Anvisieren und T drücken. Oh, Granatwärter hier. Ja. Es gibt Wolken hier, wo wir uns im Raum. Ja. Noch mal hinter mir? Äh, die kommen jetzt über den Zaun, wo wir hergekommen sind. Oh, oh, hallo! Hallo! Reload! Lined out! The doors are closing! Also Jan! Was? Hier ist er mir vorbei und machst dann Sidesnap direkt vor mir. Ich leg vor allem Min hier. Mit Irrer. Ja, ist auch egal, wenn meine Inklusivpfeile in deinem Arsch landen. Hehehehehe. What? Swarm inside the tunnel! We're pending! I'm at the junction! I can lead to vents cool! Power down the fan! You could get out! Do it! Hey, where you are, Doc! Schön, dass in der Zombie-Apokalypse überall Unlimited Ammo... ...und... Das ist ein Wettbewerb von Sona. Das ist ein Wettbewerb von Sona. Oh mein Gott. Das ist ein Wettbewerb von Sona. Ich muss noch mal einen Moni mitnehmen und dann gehen wir mal schön hier durch. Warum haltst du mich? Du hast mich gehalten, Yassin. Oh nein! Ich nehme mal Yassin. Und dann schön hier runter. Bulbo? Danke. Ach lol, riesen Werf nicht geflogen. Ich habe ein Medikit gefunden. Das ist ein Wettbewerb von Sona. Hier ist ein Sturmgewehr zur Verfügung. Also so ein... Oh geil, das ist ein Wettbewerb. ich bin ja immer wieder zu problem gelöst problem überhaupt nicht gelöst ja schieße ihn, schieße ihn bitte nicht bamboy, lebst du noch? ah ok, sehr gut soll ich hier mal so ein Maschinengewehr zungen? das heißt, mach es einfach mach doch, ich mach mal einfach die Töte zu hier ist noch ein automatisch geschütztes Turm wir sind nicht für unsere külenten ich lerne, halt mal still wir geben die schütze Ja, ich mach nur die Türen zu hier. Ich hab... hört man nicht schlecht, oder was? Ich bin doch da! Ich bin buchstäblich als einziger da. Boil, du lacht den. Nimm den hinter dir. What? Oh man, die lern uns ja auch die ganze Zeit rum. Mach doch selber! Ja, ich hab am wenigsten Leben, ich bleib mal beim Green Gold. Also ich bleib mal hier oben. Da ist jemand in der Speckladung, ey, ne? Konsole, soll ich denn gehen? Was will ich denn? Ah, wir müssen nur warten, weil... während er arbeitet. Ich bin degen alt. Ich bin der Doktor und die Gott. Ach, ich bin ein Jump. Ach, ich bin ein Tschob. Der was und der was? Ach ja, der neben mir. Ah, da stand ich auch gerade schon dran. Was schreiben wir hier? Oh Gott. Wo kommen sie? Ah, da. Hier sind Machine Guns, Autoturrets und so und Börse. Und hier sind's? Ja, ich stehe gerade an einer MP. Was ist hier? Battle Rhyme. Hier ist jetzt eine Machine Gun. Hier liegt eine Assault Shotgun, falls jemand möchte. Hier kommt der Mercer in. Ich stehe die ganze Zeit an einer MP. Und das Wichtigste, hier sind noch Medikits. Was? Kannst du ihn markieren? Äh, nicht. Hier bei Tim ist nur eins und das hab ich mitgenommen. Okay. Bis dahin hab ich... Ja, ich stehe die ganze Zeit einfach an der MP. Ich starte. Hier sind zwei MGs auf der Seite. Ja, ich hab eins noch hingestellt. Ich wusste aber nicht... Ich hätte es vorhin lassen. Die kommen wahrscheinlich jetzt hier aus den Fans raus. Was? Hier hast du mich gestimpt. Ja. Oh. Good day, Sir. Getimpt. Was? Wenn wir auch von ihm anfänglich an der Pistole stehen. Kann ich überhaupt auf die andere Seite des Zaun mit der MG schießen? Oh mein, die Hütte. Oh mein, die Hütte. Mit welcher aller Seite? Ja, von hier rechts. Oh, die fallen da rein, oder? Anscheinend. Schauen wir doch mal. In jeden Fall zieht die hier durch. Komm! Keine Ahnung. Wir hätten einfach jede einzelne Kugel sparen können, aber... Oben kommen sie jetzt auch. Auf der anderen Seite. Hinter dir, ja. Oma, äh, Bull. Ich bin jetzt auch malaaaa. Guteile mal. Oma, br начала. Da, Cockfuck. Ach, ein kleiner kleiner acompanholt. Ach, er strate ane fuzz! Er bringt die Uplink! Doc, kannst du den Laser aus dem Dropper fangen? Theoretically, ja! Nice! Nice! Durch die Mitte! Zombies in meiner Evac Zone! Links bei Hilfe! Viel Hilfe! Zum Hubschrauber, einfach zurück! Wir haben alle zurück! Ja! Ja! What have we done? Nice! So eine ganz coole Mission! What the fuck? Das absolut angebranntes Holy Shit! Nice! Fucking Jerusalem! Ich will mal eben noch ein bisschen weinen, ja? Man weiß, wie die Statistiken sind! Ja! Ohne Scheiße! Vikram, der alte Pro-Gamer, wieder! Yes! Endlich! Ja, das war nur, weil ich bei dem ersten Run an dem MP stand! Und Tim, der alte Survivalist! Okay, ich bin gleich wieder da! Okay, ich bin gleich wieder da! Bullpup! Bullpup! Oh, jetzt geht's nach Russland! Oh ja, darum warte ich schon die ganze Zeit! Let's go, Comrades! Ah, nice! Wann spielen wir denn eigentlich die erste Mission auf Highest Difficulty? Nachdem wir jetzt die ganze Zeit gerade so überlebt haben! Den einfachsten Schwierigkeitsgrad! Hm! Sounds like a no! Battle Rifle? Was hab ich denn überhaupt auf Level 2? Nix, oder was? Was bin ich denn für ein... Für ein Kack-Boon! Ich lass mal die Silenced Pistole verbessern! Ich lass mal den Sergej Popov einloggen! Was bin ich denn für ein Targeting? Ich kann schon wieder nicht die Oksana nehmen! Hax! Oksaaanaaaa! Der komische Epi hier sein! Warum heißt der auch... Timur? Das stimmt ja schon mal fast! Timi Yushkevich! Wabergevich! Wenn wir mal schauen, das Red King Down ist Increased! Ja, ich hab jetzt im Park Pharma-Riese! Ich kann jetzt vier Spritzen mitnehmen! Können wir uns alle gleichzeitig dopen! Oh mein Gott! Hmhm! Bodenvikram ist nicht ready! Nein, ich muss noch mal einen Charakter upgraden! Ich flippe aus! Dann muss ich mir noch ein Bier holen! Ivan Ivankov! Ich schulde mir auch noch ein Bier! Ich schulde mir auch noch ein Bier! Ich schulde mir auch noch ein Bier! Ich glaube, das wird der längste Stream, den wir je gemacht haben! Was? Äh... Woher kommt eigentlich die Idee von Zombies? Aus Haiti? Ja! Also vom Voodoo! Okay, also quasi wiederbelebte Tote! Genau! Wo Zombies ursprünglich herkommt! Ja! Na joa! China! Wie immer! Ich weiß aber echt nicht, wann das das erste Mal literarisch verarbeitet wurde! Also klar, man könnte Frankenstein oder so sein! Aber ich glaube, der zählt nicht als Zombies! Nee! Äh, ja fast wäre meine Spielekarriere zu Ende gewesen! Wieso? Ich habe Türzargen! Aus... ...Halo wahrscheinlich? Auf jeden Fall Metall! Und die... ...Löcher im Türrahmen, das Schloss, also wo der Nupsi an der Tür reingeht, wenn der der Scherb ist. Tief! Gerade im Dunkeln, bei meiner Küche wollte ich um die Tür rumgreifen, um das nicht anzumachen! Und den tollen Schwung, weil ich ja schnell anwandieren wollte, fasse ich natürlich mit meinem Zeigefinger in das Loch, aber lauf natürlich weiter! Das war ganz schön, oder? Genehm! Ach, das ist ja gar nix! Ich habe einmal... ...einen Burger machen wollen, und habe diese Buns, die man fertig kaufen kann, in zwei geschnitten. Und beide Hälften in einen Toaster gemacht. Und... Wir machten sowas, Alter! Die eine Hälfte ging halt gut wieder raus, und die andere war halt stuck. Und dann habe ich einfach ein Messer genommen und wollte es aus dem Toaster rausholen. Und währenddessen ist mir aufgefallen, so halt, so sterben Leute, indem sie mit dem Messer im Toaster rumstochern. Ja? Ja, habe ich gedacht, ich verdiene es eigentlich nicht zu leben, nach so einer Aktion. Oh, gut! Let's go! Wie kann man eigentlich Zeug markieren? T! 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 Oh, hier kommen super viele von hinten! Hilfe! Ja! Und von vorne! Ja! Aber immerhin den Screamer! Schau! Oh, da ist ein Dicker! Da war ein Dicker! Riff ist tot! Die Oxana gefällt mir jetzt schon! Die hat Gruff... ...Faust dick hinter den Ohren, hat dies! Quiet chick, Sarah Faust! Hier ist einfach schon mit der Ammo! Dann können wir weitermachen! Zieh in den Räumen rum und geil! Oh, hier sind die Secondary Waffen! Ja! Die Klettern über die Wände! Ich nehme mal den Casual Granatenwerfer mit! Vater, protect uns! Oh! Oh! Von vorne! Von vorne! Das ist echt... ... Laufen! Laufen! Hier sind noch Waffen. Crossbow, Assault Rifle, Combat Shotgun. Crossbow. Ja, auf dem Tor. Ich dachte, eine automatische Schmuck mit den Ingenmarschinen. Oh, hier liegt noch viel mehr Zeug. So viel Zeug. Irgendwo eine MP, jemand? Hier überall. Schaut hier um, hier dicht. Mega viel Zeug. Yes. Let's try this. Kompakt SMG? Nee. Nee du, nee du. Sind wir soweit? No. Punching in the code. Gut. Oh oh. The code is good, but we can go for pipelines. It's locked for two minutes. Toll. Smoke em. Haha, wie sie ragdollen. Oh Gott, zwei. Oh Gott, zwei. Halt an die GIF. 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 Jesus. GIF. 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 Wider tut es. Let's go. Alles klar, alle hier rüber. Er hat einen, äh, eine Breach. Ich bring da noch was mit. Was ist eine Breach? Eine Breach Charge für die Tür. Oh no! Oh Gott! Das sind diese Schwenkladungen, die es gibt. Ja, okay. Ich muss nochmal Muni holen, ich hab nichts. Waffenräume aufgedracken. Alle nochmal aufmunitionieren, weil er... Hier ist ganz viel Shit. Wo bist du? Du bist ja super weit weg. Ich hab schon mal vorgelaufen. Du bist dann zurückgelaufen, Mann. Immer clever. Nein, gar nicht. Doch! Nein, ich bin schon an dem nächsten Ding vorbei. Ach so, oh, dann bin ich derjenige, der ganz weit hinten ist. Oh nein, das ist ja noch schlimmer. Good job! Mein Typ kann nicht mehr sprinten. Ja, ich warte mal hier auf Jan. Okay. Sogar im Game ist mir das Laufen zu anstrengend. Ich bin bereit zum Interakten, da hinten 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 hinten. Ach nee, Jan, hier ist noch noch ein bisschen. Ja, da, da, da. Links. Ehhh... Okay. Jetzt. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Oh, Schick, komm. Lurker bei mir. Hier rein müssen wir, glaub ich. Ja, da gehen wir, ja. Mach das. Moment, ich muss mich mal eben heilen. Hier ist nämlich noch ein Verbandskasten. Ja, halt euch mal. Hier ist noch einer übrig, ne? Okay, warte, dann halt mal still. Okay. Ready? Okay. Tim? Ja, los geht's. Nee, das Payload-Rifle ist gut gegen den Swarms. Was ist jemand? Ich schnapp mir den Screamer. Hier kommt ein, äh, ein Dinger. Hier kommt ein, äh, ein Dinger. Die Explosives reinmachen. Das macht so Spaß, das sieht so gut aus. Oh, ein Dinger ist bei mir. Oh, ein Dinger ist bei mir. Jan? Ich muss am nächsten. Oh, ich komme. Du geil, von mir sind egal viele. Oh, Infektor. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ficken! Creep bei mir. Ja, komm mal. Creep bei mir. Ich such die nächste Konsole, ich hab sie. Bist. Wir haben nur noch welche. Ah, jetzt hat jemand die Dinger knallt. Hm? Oh, nein. Oh, oh, oh. Was ist denn? Hahaha, wie unangenehm, das ist. Direkt da runter zu schauen. Oh, hier kommen immer noch super viele. Screamer, links von hier ist. Ja. Ja. Der ist da irgendwie ganz, ganz irgendwo im Eck. Kommt ihr? Ja, ja. Das ist vorne. Ja, ja, das ist vorne. Ich weiß, da sind die Mothié. Ja, wir kommen. Oh, danke schön. So stelle ich mir Russland vor. Einfach überall auf der Straße Muni-Käste stehen. Jo, wie in den USA halt. Hat ihr gehört, dass die NRA geklagt hat, weil die Waffen gemacht werden? Weil die Waffen sind wichtig. Und, äh, ich wäre ruhig mit dir gegen das Tekne im Endeffekt. Oh shit, Hilfe! Den hab ich nicht mitgekriegt, aber ich hab auch nichts anderes von denen erwartet. Big Pole rennt irgendwo. Er ist tot. Ach, das ist ja ein Zombie. Ich dachte, das wäre einer von uns hier. Der Tim hinter dir. Der verfolgt uns seit 10 Minuten. Wir sind, äh... Wir sind, äh... Wir sind, äh... Wir sind, äh... Wo schießt er hin? Okay, auf den Zaun da hinten. Such mal nach, äh, Zeug zu verteidigen. Und, äh, wenn er noch eine Breach hat, hier ist die Tür. Und, äh, auf der Bootspitze vorne steht ein MG. Ich heil mich nochmal. Mach das. Ach, hier ist nochmal was zum Breachen. Hm, also wenn wir die Kids mitnehmen, dann sind wir jetzt die Könige. Der kommt schon hier erst. Oh! Hallo! Hallo! Wo kommt jeder? Vielleicht auf die Bootspie. Ja, einer muss Kampfschlagen. Ach so. Na, mach. Geh los. Ich hab ne Panzerpause. Wenn die Zombies mit Quatser kommen, würde ich mir echt Gedanken machen. Seherlich. Oben kommen sie, an der Brücke. Oh, wow. Das sieht jedes Mal so cool aus, halt, ne? Ich glaub, die Hände schwingt einfach in den Fluss dahin. Lachen. Heute, ne? Ey, der russische Akzent, von der ist so... So real, eh... Das könnte ich gewesen sein. Sorry about that. Irgendwo sitzen der Waffen nicht mehr nehmen. Ah, hier ist von rechts. Vom Eis. Oh, ein Bull kommt hier. Was ist der? Hier bei mir! Ich habe auch einfach ein ganz komplettes Magazin auf den abgefeuert. Das ist der Waffen nicht mehr. Das kann ich nicht mehr machen. Das ist der Waffen nicht mehr. Ich bin nicht mehr auf dem Weg. Ich bin nicht mehr auf dem Weg. Ich bin nicht mehr auf dem Weg. Dann kommst du von der anderen Seite. Dann schießt der Mörser aber hin. Ja. In der Mörser. Jetzt. Hold it. Hold it. Jetzt. Kein getroffen Oh, schon wieder ein Typ Ich bin tot, helft mir! Ja, ich bin fast bei dir, gib mir mal Deckung Danke Eigentlich hat man was gebracht, dass ich doppelt so schnell ratzen kann Svetlana, bist du okay? Ich weiß gar nicht, dass man die Türme restarten kann Ja geil, ne? Das ist ja mega geil Du hast die Supply und gehst in der Kirche Svetlana, du bist mit uns Ich wollte, um unsere Team Red Square ist kein Mensch's Land Wir werden es niemals machen Es gibt eine Chance Ich kann sie nicht verlassen, um zu sterben Vater, du bist ein guter Mann Aber du bist ein Idiot Und du bist ein smart Mann Aber du bist verloren Ab zum Red Square Da muss man ja hin Naja Ich glaube, manche von den Zombies waren noch Nazis Aber ich habe es nicht genau gesehen Der Slayer wieder 100 Zombies mehr Specialist Killer Headhunter Demolitions Expert Survivalist Er kann es einfach alles Er kann es einfach alles Nice Äh, Jungs, ich bin mal offline vor dem Oh no So cool Aber 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 Ich bin mal kurz Selina auf die реide Aber Aber Äh... Genau, was ist noch für dein Empfinden ge... ... mit... 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 ... bei der Minecraft. Ah, ok, jetzt... ... habe ich auch die Skills, um nachzulesen... ... also ja, es ist quasi temporäre Gesundheit... ... wie so ein Stimp... ... Pistole... ... es gibt... ... also quasi wie ein Schild... ... aber... ... der Effekt hält auch nicht... ... also der... ... der nimmt halt ab, ne... ... weil jetzt gar nichts brecken, dass... ... es länger hält. Ich habe auch einfach die ganze Zeit... ... das Perk... ... ich kann mein C4... ... 50% weiter werfen... ... und das zweite Perk ist... ... ich starte stattdessen mit Claymoth. ... sehr gut. Was sind Claymoths? Claymoths? ... ... die Minen. Achso, ja, die kenne ich nicht. So, Jungs, ich bin mal offline, ne? Goddammit. Ja, wo? Äh... ... können wir eventuell morgen Abend nochmal dazocken oder so? ... ... ja, ich weiß noch nicht, ob ich morgen Abend da bin, aber... ... ja, irgendwann werden wir sicher auch allein sein. ... ... tschau! ... tschau! ... ... sind die... ... die Perks von den Waffen genauso kumulativ wie... ... das sind sie, ne? Nach verschiedenen Stufen... Ja, ich glaube, also Also Stufe 2 addiert sich zu Stufe 3 Ja, aber ich glaube Du kannst auch nur eine Stufe 3 auswählen Also Ja, ja, aber Also das ist nicht nur Ich nehme ein Upgrade für eine Waffe Und das ist dann Ich nehme eins für eins Eins für zwei, eins für drei, eins für vier Ja, genau Der letzte ist einfach Auf jede Waffe Ein Silencer draufgeknallt wird Das ist der Wahnsinn Auf die Armbrust nicht Der Grenade Launcher Das eine Upgrade, das der hat Vor der Flammen dran sind Ja, für Für komische Punkte Ich weiß gar nicht, was das für Punkte sind Premium Währung oder so Ich glaube, es lohnt sich fast schon Die Standardwaffen abzugraden Also zum Beispiel Mit der Pistole Spiel ich halt auch echt ganz gerne Weißt du, wie meine Startwaffe ist Ich such halt nur gerne auch die Die Armbrust, weil ich mit der Grenade spiele Aber die Pistole geht halt immer Aber dann halt auch die mit Silencer Das ist ja nie verkehrt Jaja, so bist du auch was Nee, ich habe aus Versehen auf Escape gedrückt Weil Warte mal, ich muss mal das Game neu starten Trotzdem, weil Ich konnte irgendwie im Menü gar nichts mehr klicken Das wäre jetzt der perfekte Moment für den Bubble Zurückzukehren Ja Das müssen wir öfter machen Wir müssen dasselbe Spiel einfach in zwei oder drei Gruppen anfangen Und dann kondensiert sich die Gruppe Ja, früher oder später passiert das halt eh, ne? Dann geht mal der eine Dann kommt der andere mal wieder Ja Ich meine, geht halt auch nicht bei jedem Spiel Aber bei sowas Auch nicht So eine schöne Hot-Seat-Runde bei Divinity oder so Ja, genau Jeder darf mal eine Stunde Wo sind wir gerade? Was tun wir hier? Was kann mein Charakter? In Invite, please Und am Ende hast du dann vier Vier Beschwöre Geht eure Divinity-Runde eigentlich noch hier so? Ja Das Problem ist nur Der Markus Der auch dabei ist Sein PC ist gerade am Arsch Oh nein Und ja Und der ist gerade in so einem Modus Wo er halt so ein Teil nach dem anderen bestellt Motherboard hat er jetzt probiert Hat nichts gebracht Und jetzt hat er Rahmen bestellt Ja, aber bisher Oh Warte Der Bubble schreibt mir gerade In zwei Minuten ist er da Oh, nice Zwei Minuten ist zu schnell Wo, äh Wo seid ihr gerade in der Story? Ähm Wir sind noch auf Äh, wie heißt dieses Also noch vor Arx Auf jeden Fall Aber Die Insel vor Arx Da sind wir In dem Chapter Mit dem Kurator und so Hieß der so? Oh, ich weiß gerade gar nicht wie Tim, sag doch mal Diese Diese Fleischinsel da Jaja, genau Jaja, die Blut Blood Moon Island Oder wie sie hieß Oder Jaja, genau Keine Ahnung, wie der hieß Also Okay, Bubble, hör zu Der Advocat Der Advocat, genau Keine Spoiler Bubble, du hast verpasst Wir mit Doktor Doktor Wie heißt der Irgendwas Irgendjüdischer Name Ähm Greengold Greengold Greengold, genau Wie wir mit ihm Durch die Häuser gezogen sind Und Äh Irgendwas gemacht haben Ah, ein Laser gezündet Genau Ja, wir sind jetzt Von der Glatze gesprengt Wir sind jetzt schon tief In Soviet Russia So Please join Comrade Der Laser Individuelles Einschränken Kürzel Ich hab Mir Kopfhörer geholt Eigentlich für die Arbeit Aber Ähm Die wollte ich jetzt auch mal beim Zocken benutzen Weil die sind eigentlich mega gut Aber ich hab an meinem PC Kein Bluetooth Ist mir aufgefallen Dann Und dann hab ich irgendwo in meinem Schrank So ein Bluetooth Dongle ausgegraben Und Der funktioniert einfach mal nicht Weil Er zu alt ist Und das Protokoll Nicht unterstützt That sucks Mhm Bubble Alle haben zugestimmt Dass wir jetzt auf der Hardcore Stufe Das nächste Level spielen Damit ich mein Samurai Schwert bekomme Ja Lade mich mal ein Bitte Äh Hab ich doch Nächster 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 Jetzt kommt was Der alte Flüster Joe War einfach War einfach 10 Runden nicht dabei Er hat immer noch ein höheres Level als Tim Ja Wobei Ich muss zu meiner Verteidigung ja sagen Ich bin auch zweimal rausgeflogen Wo ich kein EP gekriegt habe Aber Toll, toll Seit dem neuen Treiber Scheint es ja zu gehen Die Olga ist eine geile Sau Und der hat auch einen richtig geilen russischen Akzent Also der ist echt authentisch Glaubst du dich ja mal geschmackt Glaubst du dich ja mal geschmackt Diese verdammten Ostblock schlappen Säle unter den Die Säle in verdammte Säle Deine Weakness oder was Das kommt einfach geflüstert noch besser Die sind einfach mein verdammtes Zelt Ich bin einfach ein Arsch Ja, die sind meine Achille-Szene Dann Dann fahr besser nie nach St. Petersburg Wessen nicht Sag sowas Ich könnte der Russin mal wieder schreiben Vielleicht sollte ich mal auf Ready drücken Wie wär das? Ja, das wär immer echt ein Move von dir Wie Oksana ihre Karte betrachtet Fand ich aber auch ganz schön Also wir hätten auch noch im Menü bleiben können Also wir hätten auch noch im Menü bleiben können Der gute Vater Popp Wer ist das? Jan, du? Das bin ich Mein Flock Wir haben doch das mit Airsoft Fatty geschaut, oder? Ja Ja, IDUBS Ja Er hat jetzt ein Video hochgeladen von sich Airsoft Fatty oder IDUBS? IDUBS Ich hätte beide geschaut Ich habe kein Wort verstanden Ich habe kein Wort verstanden I didn't do that I didn't hear new OnlyFans OnlyFans Ja Okay Und ihr seid so zwei Weeps, oder was? Auf jeden Fall Die 50 Dollar im Monat, die bist du schon weg Hey, ohne Witz, ich hatte hier, ich treffe mich manchmal mit ein paar Ex-Kollegen und wir reden über Geschäftsideen und ich hatte eine und es war am Anfang lustig, aber ich finde sie echt gut. Also wie findet ihr die? Und zwar... Oh nein, rettet mich! Es kommt übrigens zum Pult von hinten. Ich dachte, du hast das was machen. Ja, deine Idee. Ja, da kommt, ja genau. Ähm, also... Es ist das B-Taxi und zwar, es geht darum, dass du dir ein Taxi holst und da hockt halt eine drin und lutscht dir einen während der Fahrt. Ich fürchte, deine Idee gab es schon. Nein, das glaube ich nicht. Das ist ein Fake-Taxi, glaube ich. Nee, aber ich will wirklich ein richtiges, ganz normales Taxi und doch mitfilmen. Ich möchte es filmen und deshalb kostet es auch keinen Aufpreis für den Mitfahrer. Ey, das ist ja ein Schnapper, du! Und dann wird es halt live gescreamed, ja? Auf irgendeinem Website. Wie kann ich denn dazu Nein sagen? Also wer will denn bitte nicht echte Amateur-Blowjobs sehen? Nicht gestellt, ein Dude, der, keine Ahnung, von der Disse heimfährt und jetzt keiner abgeschleppt hat und dann halt mit dem P-Taxi fährt, weiß ich mal. Der Name ist nur nicht fest, aber die erste Idee war B-Taxi für Blowjob-Taxi. Ey, ist ein bisschen einfallslos. Ich dachte jetzt, das war ein bisschen, das ist dann von der Gamble, wer dir dann ein bisschen ist. Das ist einfach der andere Mitfahrer. Oh, Mist. Oh, nein. Nein. Ja. Hier liegt übrigens noch so ein heavy Dingens. Ah, verteidigt mich! Okay, verteidigt mich nicht, ich verteidige mich selber. Ja, egal, Jan braucht es jetzt auch dringend. Äh, payload rifle hier oder was das ist. Und ne heavy machine gun. Spasiba, Kroschka. Oh, ich liebe die heavy machine gun. Das hat, wie das einfach nur ein Ami geschrieben hat. We are struggling every day to save our miserable lives. We are rushed, therefore we know suffering. Enough is enough. Enough is enough. Alter, vader, will die trotzdem mal beankommen? Alter, vader, will die trotzdem mal beankommen? Schicke auch. Alter Schwede, ey, what the fuck? Wir haben schon echt einfach keinen Chill. Wir haben schon echt einfach keinen Chill. Ich will ein neuer Claim aus. Was? Was ist denn das für ein Spruch? A powerful weapon. Shorts, work. Ach wir sind in der Billardkirche oder was ist das hier? Was ist das für ein Spruch? Oh hier gibt es schöne Waffen. Here take a look at this. Hier gibt es eine neue Spruch. Was ist das für ein Spruch? Ist das für ein Spruch? Was ist das für ein Spruch? Oh, Deploy. Ob ich den Mortar? Ich glaub's da ist gut, oder? Zum Glück. Wer ist das da? Was ist das da? Was ist das da? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Lass uns das? Hehehe Hier ist was zum Breachen, falls ihr was habt. Äh, ja hab ich's sogar. Leave this to me! Have a look at this! Hier. Breach yourselves! Was da? Machine Gun is in place! Oh ja, D-Leap. Oh ja, D-Leap. I found a heavy weapon! Not bad. Bye bye, bomber! Bull! Gas bag! Das ist dispassierend. Oh god. ich bin ein perster ! Coz! Oh god. Ich bin ein perster! Ich hab einen perster! Hehehehe. Reeks leave this motherfucking crazy. Hier ist ein Strassbo. Wir müssen healer weiter, glaube ich Ich weiß nicht, warum du glaubst, man würde dich hören, wenn du so rumflüsterst, aber schön, dass du es dir doch versuchst Wo waren die Amos? Die habe ich oben markiert Ah, come on Hier, hier rechts ist so ein Geschäft drin Ich breache hier Hier, hier ist die Amos Danke Ich habe übrigens gewählt Mit Mit Nice Oh Gott, ich renne voll in die Wave rein Ich dachte, ich renne weg Nein I fucked up Hilfe Ich habe Ich spreche da, du Kleine Ein Christintergrund Also Alles gut Das muss man in Russland schon aushalten Schönen C4 im Gesicht Schönen C4 im Gesicht Screamer, knapp mir den Ja so, komm hier hoch Gleich, gleich, der Screamer Wo ist er denn? Ich mach hier zu, ja so Du bist on your own I'm so sorry Alles gut Nein, warum fall ich hier runter? Wie ist er? Du musst es erreichen, wenn ich suchen Ja, ich suche Ja, ich suche Ja, ich suche Du kommst doch mit, irgendwie geht die gleichen Spur immer weiter hier in die Richtung Svetlana, wo bist du? Du steck das Ding mal da rein Tim, deine Machete-Skills sind in allen Ehren, aber wenn das erste was du machst, direkt dabei rein stürmen ist, dann kann ich nicht anders als hier in den Rücken schießen Alles ausreden Ach verdammt, so viel wieder zurück Ach, wir müssen auch hierher Ich knall hier mal noch einen schönen Mörser hin We now have a mortar We now have a mortar Die kommen gerade hier von innen Wie immer Ich starte mal Stimmt, als Familien hast du gesagt, hm? I'm planting a mine Send your ground Fünf Vier Drei Zwei Und Feuer Hallo MEnton much No G Als Me Ah, ich hab hier den Dicken noch nicht mehr. Ja, ich hab hier den Dicken noch nicht mehr. Safe, Tim! Oh, da geht's ab. Jetzt habe ich mir falsch gelaufen. Wie komme ich zu euch da hoch? Wieder durch die Mitte. Die Tür, die du für mich zuhörst. Und wie findet ihr so den Akzent der Oxana? Oh ja, oh ja. Ach, wir müssen jetzt zum Bunker befreundet. Das ist noch ein Gas kommt oder was? Von jedem Punkt in Russland aus sind es maximal 50 Meter zu dem nächsten Bunker. Die können mir nichts erzählen. Oh, einer hat das Virus Sample mitgenommen. Jawohl, habe ich. Nice. Gut, shit. Was ist das denn? Hm? Was ist das Virus Sample, was bringt das? Das ist so ein optional Ding, was du halt findest und mitnehmen kannst. Und wenn du überlebst und das mitnimmst, dann ist er halt shit. Okay. Ich kann mal kurz spiekeln. Ein Level mache ich noch und dann ist es Zeit für mich zu gehen. Schlafen, for sure. Ich habe heute so wenig geschlafen, letzte Nacht. Morgens um 6.30 Uhr hat es bei uns geklingelt. Mein Schwiegervater, der fährt hier auf dem Großmarkt in der Nähe. Und er nimmt halt ab und zu mal einen guten Chip mit Fleisch und so. Und dann näht er das, wenn er Zeit hat, halt bei uns ab. So ein bisschen was. Und der fährt halt relativ früh. Eindruck muss mal sterben. Krass. Wie früher. Das sind nur vier. Ja. uplift. Ja. Ich bin schon sehr. Ich bin sehr sicher. Ich kann nicht mehr so viel tun, dass ich die augen presteh loose so. Aber es ist so sehr. Das ist so schwer. Es wird sicher sein. Hallo. Was ist denn die Dings? Scheiße, ein Combat Shotgun. Kann ich jetzt das nächste Mal upgraden für 500 von der Kack-Währung? Das muss ich ja dann noch ungefähr 900 Hunden spüren, als ich das mal kriege. Oder du spinnst da Tortenhut. Ich dachte, wir spielen jetzt die höchste Schwierigkeitsstube mit Jesus und Scheiße. Ich glaube nicht. Ich dachte, wir so strugglen mit den nächsten Schwierigkeiten. Strugglen? Wir strugglen doch nicht. Das ist doch alles egal. Easy peasy, ey. Das ist schön langweilig. Also wenn das die Zombie-Apokalypse ist, dann bring it on, ey. We're vulnerable out here. Ja, so macht das Ganze rein, ey. Der holt einfach mal die Gartenschere raus. Geht on a rampage. Dann ist Stuttgart aber safe. Die Tür sollte auf der Seite liegen. Sie sind in der Nacht. Sowjet-Aer Security Console. Typisch. Ich habe es. Möge. Wie viele Zivilte hier sitzen? Ich weiß nicht. Ich habe nur Blut Binn für die Mission gezeigt. Was ist denn jetzt? Sollen wir schon einen Pitchick getappt? Na ja, keine Ahnung, vielleicht hat der Bastler oder so ja einen Spektor, der eine mitnehmen kann, oder... Oder die Spawn halt zufällig oder so, das gab es bei Left 4 Dead doch auch. So wegen Wiederspielwert und so. Das ist eigentlich die heiße Ische, die die ganze Zeit mitläuft. Die habe ich jetzt erst mal gemerkt. Die vom Hubschrauber. Ah! Ich habe eine Maschinengang. Da kommen sie doch sicher. Ja. Ich habe das. Ich habe die ganze Zeit. Ich habe das. 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 Ah, wo ist denn das? Goddammit! Schüsse ich! Vater, protect us. Ich bin Empty. Aus dem Schacht. Oh shit. Wurde zu. Schön mit jeder eigene Bombo mitbringen. Nicht einer fällt in die Claymore. Komm rechts. Oh, hier ist ein Dicker auf mir. Oh Gott. Oh Gott. Hier ist noch ein RPG. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Jan! I found a any weapon! It feels good to be alive. I am in die Breaching Charge. Let me choose it. Everybody inside, close the door behind us! Give me a second! Hi, Sotlana! Oh, wow. Magst du mich heilen? Ob du bist du Arzt? Ja. Magst du mich heilen? Ja. Nice. Real nice. Was ist das hier? Sondervarsuka! Sondervarsuka! Captured? Au, au, au! Hallo! Hier hinter mir ist eine Tür zum Breach. Hat er gerade gefragt, how did they hide this from NATO? Well, hello! Hallo! Ist das etwa ein Filler mit Werfer? Die kommen eigentlich die ganzen Kropflings hier runter in diese Anlage. Petra? Der hier unten bei mir? Where is the goddamn lift? Where is the goddamn lift?? Ja, so where is it?? Oh, cool. Boah, da kommen einigen Refill und los Dann fahren wir... Ach ne, fahren wir nicht los? Ne, wir müssen hier durch Okay, klar Oh shit, voll Geh weg Kommt ihr? Ja Hier ist was zu brechen Muaak Eighty Back in the cooling tower I'm reloading Watch your step Okay Okay Don't shoot the glass They're breaking through More coming Get to the next room Entry to the console That's Kramer I'm not in a mine Oh fuck Everyone I'm not here Shit Door closed But it won't hold them for long Wait The nerve agent test The nerve agent test Oh hi Hi Das sieht aber nach Freitaker aus Oh hi Das sieht aber nach Freitaker aus Go Go Reloading I'm not in a mine At the center of the room Is a console Activated to start the process What's your step Bullpup Bullpup Is here übrigens Und ein heavy machine gun Someone's here You're fighting Betrothing Look over here Okay Five reactors Must make a light Is the correct Forger To pursue the Agent I will tell you Which valve To open And when You must follow My instructions wow, what the f**k oh, laufen die irgendwie let's see how it's in the first way my quants in a mine let's go we'll have to do so have rules we'll have to see the sv Was ist das? Er ist hier. Holy shit. Das ist K1 Das ist K1 Konsole A Oh Gott Das ist K1 Sie sind Das ist K1 Was ist K1 Das war's für heute. Es ist offen! Oh shit! Need to find more bullets! You've done it! Wir haben Gas! No Skates! Das ist ein Blut! Das ist ein Blut! Ach, sechs Monate sicher! Also doch Metro! Ja! Wer ist der Killer, ja? Wow! Okay! Ich hab nur Turtles gehackt und irgendwelche Turtles... ...seite! Und dazu noch am wenigsten Schaden erlitten! Was war da los? Weiß ich auch nicht! Kann ich mir nicht erklären! Also wahrscheinlich einmal den richtigen Mörser loslassen oder sowas! Nee! Da am Ende kamen an zwei Stellen die ganze Zeit so Türme von Zombies hoch! Ich hab halt unten die weggeschossen und alle ineinander zusammengebrochen! Ich glaub die zählen dann alle! Ich hab jetzt noch mal was bewegt! Ich hab jetzt noch mal was bewegt! Ich hab jetzt noch mal was bewegt! Ja! 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 Du musst ja halt eh Zeit umstellen! 3 Uhr! Das stimmt! Ja! Gleich ist 3! Hä? Wirklich? 3 Uhr, ja! Ja, ganz im Ernst! Warum wusste ich denn das nicht? Ich bin doch der Einzige der morgen arbeiten muss! Hör ich den Wåse ist! Check den in Wåse! COMPON! Gett Wreckt! Hab ich den wuss! 3 Uhr, ja!